Freunde, heute werden wir einen Freund im Rennen besiegen, nämlich Simlaki! Hä? Du solltest nur heißen, Ukri, wir sind gar keine Freunde ab heute mehr! Hä? Warte mal! Ey, dort vorn müssen wir trainieren, Freunde! Solltest du gar nicht trainieren hier beim Blauen? Was ist das, was du getan hast, Ukri, oder? Was habe ich getan, Simlaki? Du hast in meine Toilette gepupst! Hä? Die Toilette ist da, um zu pupsen, Simlaki? Aber das war meine Toilette, die ist nur erlaubt für Kings! Hey, Simlaki, wir haben nur eine Toilette zu Hause! Naja, egal, weißt du was? Guck mal, wir haben jetzt hier genug trainiert, Leute, um schneller zu werden und jetzt können wir gegen Simlaki dort vorne, gegen den Easy Simlaki Also Leute, es gibt hier einfach einen Easy Simlaki, dann gibt es hier vorne einen harten Niki, das ist ein Abonnent von mir Dann gibt es hier einmal nochmal einen Simlaki in Extrem und nochmal den Final-Boss Niki! Oh Mann, Leute, wir müssen einfach gegen unsere Freunde hier heute Rennen machen! Okay, Simlaki, komm mal! Ja, du bist bei mir Easy, guck mal hier, ich rasiere dich gerade Und boom, da ist Simlaki! Ey, Simlaki, aber ich habe gewonnen, Bro, ich habe gewonnen, ich habe schon direkt gewonnen, Leute Egal, Ucri Ich habe jetzt vier Siege bekommen Aber echt gewinnst du nicht, Ucri, wenn wir jetzt nochmal hier Rennen machen, ne? Du hast nun gegen den Botter gewonnen Jo, Alter! Fühlt dich nicht so, Junge, hä? Ich habe voll viel Stärke, ich kann hier schon gegen den Hart kämpfen, oder Leute? Lass uns mal versuchen, ob wir gegen Niki gewinnen können Und Leute, können wir gegen ihn gewinnen? Kommt schon, wir müssen gegen Niki gewinnen und... Jo, er hat zu viel, Freunde, er hat zu viel Ich muss so schnell tippen, ich muss so schnell tippen Aber hoffentlich bekomme ich richtig viele Siege, wenn ich gewinne Okay, Freunde, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus Wir müssen einen Autoklicker holen Leute, eine Sekunde, ich hole mir einen Autoklicker So, zack, zack, zack Okay, Jungs, schick dich! Ich hoffe, ich verliere, Freunde Okay, Autoklicker aktiviert und boom! Autoklicker aktiviert! Und er gewinnt Nein, Leute, obwohl ich Autoklicker aktiviert habe, gewinnt er Was? Okay, du Noob, Junge! Ja, okay, Freunde, wir geben auf, das macht keinen Sinn Aber warte, Simlacki, jetzt lach nicht so Hä, du siehst bestimmt auch noch nicht den Haken Nee, ich kaufe mir schon ein Pet, Uckri, weil ich viel krasser bin als du Ein Pet? Doggie! Oh nein, ich kann mir gar kein Pet noch leisten Okay, Leute, wir drehen mal im Glücksrad Vielleicht kann ich mir dann ein Pet leisten Und so lange trainieren wir noch ein bisschen So, zack, zack, zack Und was haben wir bekommen? Ich habe gar nicht gesehen, was wir bekommen haben Aus dem Glück gehabt Ah, oh nein, was? Was haben wir bekommen? Hä? Leute Brr, ernsthaft? Das war auf dem OP-Pet Und dann ist es nochmal zurückgegangen Habt ihr das gesehen? Okay, ich habe was richtig krasses bekommen Doppelspeed Ich habe auch Doppelspeed bekommen Aber ich glaube, das ist gar nicht was so krass Zum Lucky, sag ich dir Ja, ich rüstere das mal direkt aus, Freunde Wo ist doppelter Speed? Ah! Ich gewinne nicht! Leute, guck mal, was wir uns hier kaufen können 30 Minuten spielen Dann kriegen wir hier so ein OP-Pet Und was Simlacki auch nicht weiß Ich kaufe mir jetzt das Starter-Paket Boom, Leute Für 99 Robux Dann kriege ich schon mal ein richtig krasses Pet, Alter Hoffentlich sieht er nicht, dass ich reincheate Weil es geht hier heute um 10.000 Robux, Leute Ich muss gegen Simlacki gewinnen Ich muss schneller als er sein Denn, Leute, es geht darum Wer als erstes in die andere Welt kommt Guck mal, Leute Es gibt nicht nur diese Welt Es gibt doch Leute, die noch viel, viel schneller sind Der finale Boss ist 100.000 schnell Und dort gibt es einen Der ist noch viel, viel schneller Der ist einfach Flash Wisst ihr, Freunde? Wir werden heute gegen Flash kämpfen Okay, du hast keine Chance gegen mich Du kannst machen, was du willst Du wirst sowieso nicht gewinnen Denn Simlacki ist Simlacki Und Simlacki kann man nicht besiegen Hab ich gerade nicht das Pack gekauft, Freunde? Lasst mal jetzt einen Like da und ein Abo Damit ich das hier kaufe Und let's go, Freunde Ein Fehler ist aufgetreten Was, ey, warum können wir uns das nicht kaufen, Freunde? Hä? Oh, Manometer, Leute Oh, Mann Wir haben uns einfach dieses OP-Pad nicht kaufen können Irgendwie klappt es nicht Na gut, Freunde Dann müssen wir uns was anderes kaufen für Robux Lasst uns hier einen Spin kaufen So, zack, wir holen uns das Und Artikel kaufen Zack Habt ihr alle ein Like da gelassen? Dann let's go Wir haben uns das gekauft Hä? Okay, Freunde Wir spinnen jetzt am Rad Lasst alle dafür einmal ein Like da Und ein Abo Damit wir was Brasses bekommen Kommt schon, Freunde Let's go Alle liken und abonnieren In 3, 2, 1 1 Und let's go Wir spinnen am Rad Bitte bekommen wir was Gutes Bitte, 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 bitte Und bitte, bitte OP, bitte, OP Nein Ja, 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 ja Ja, ja Nein Ernsthaft Alter, das war so knapp, Junge Egal, wir haben 6000 Geschwindigkeit Das heißt, wir können hier schon Gegen den nächsten Boss kämpfen Und das ist der Hard-Boss Junge, dich rasieren wir jetzt komplett Eben habe ich verloren Aber jetzt rasiere ich dich Boom Ja, let's go Wir haben gewonnen Simlaki, ich habe schon gegen den Hard Gegen den Harten gekämpft Und ich habe einfach gewonnen gerade Yo Ey, den habe ich auch schon gewonnen Das bist du bei mir, Ucri Ha, ich bin viel krasser Oh, Mann Ich muss den hier besiegen, Freunde Als nächstes Der hat einfach 45.000 Ey, Ucri Warum machst du eigentlich so viel Geschwindigkeit? Habe ich gar nicht so viel trainieren gesehen 6000 ist ein bisschen viel Und du hast sogar Schuhe schon Ich habe beim Glücksrad Habe ich was gezogen, deswegen Oh, ja Glaube ich dir nicht, Ucri Wir dürfen nicht uns erwischen lassen, dass wir cheaten Oh, wir können ein Geschenk sogar bekommen Oh, let's go Jetzt reden wir erstmal auf, ne Ey, Ucri Warum bist du ganz sehr stumm hier? Guck mal, pass mal auf Wenn du heute cheatest, dann reißt du dich richtig aus, Junge Der Mensch ist in Ucri-Freundschaft Junge, chill Ich würde doch nie mal cheaten Okay, Freunde Wir holen uns hier ein Hey, Leute Und wir bekommen den Koala Hör, den Koala, Leute Lass uns direkt auslösen Der ist ja richtig schlecht Nur einmal 1,9 plus, Junge Okay, das ist nicht so gut Egal, Freunde Dann müssen wir halt weiter trainieren Ey, Sie bleiben hier Du trainst gerade bei Blau Weil Blau besser ist Haha Jo Junge, nein, Ucri Ey, das habe ich gar nicht gesehen Was hast du da? Ey, was hast du für Schuhe? Man kann sich Schuhe kaufen, Leute Ich habe viele Schuhe, Ucri Ey, Freunde Die White-Schuhe kann man für 1700 kaufen Lass uns die holen, oder, Freunde? Junge, die wären so OP, Leute Aber das sind, Alter Das sind einfach 30 Euro V-Box Äh, Robox oder so Leute, ich weiß nicht, ob ich mir das holen kann Vielleicht ganz am Schluss vom Video Lass uns erstmal die hier vorne für 10.000 holen Wir haben gleich 10.000 Geschwindigkeit Und BUM Wir haben uns die geholt BAM Wir haben jetzt gelbe Schuhe Simlaki hat bestimmt nicht so krasser wie wir Oh, jetzt kriegen wir richtig schnell bloß Was hast du noch so, Ucri? Was krasser ist als du? Was hast du gesagt, Simlaki? Ja Guck mal, Ucri Guck mal jetzt über meinen Namen Guck mal deinen Namen an, Ucri Hast du eine Wiedergeburt gemacht? Ja Hä, wie hast du das gemacht, Simlaki? Das ist so, Junge Ich werde nicht kommen Den Hops nehmen, Ultra, Ucri Ich habe auch wiedergeburt gemacht Haha, jetzt bin ich auch nicht mehr so schlecht Jetzt bin ich ein Newbie Egal, ey Ich werde sowas von trainieren, Alter Ich rassiere den jetzt komplett, Freunde Junge, komm schon, komm schon 249 kriegen wir schon plus, Junge Let's go, Leute Ey, wir müssen uns heute ein OP-Pad holen Das hier kriegen wir danach, Freunde In 30 Minuten Das heißt, wir werden heute 30 Minuten spielen noch Also, das sind jetzt noch ungefähr 22 Minuten, die wir spielen müssen Dann kriegen wir dieses OP-Pad Wie krass ist das denn, Freunde? Das werden wir direkt auslusten Aber wir brauchen mehr Simlaki, du hast schon drei Pads, was? Ja, Ucri Ich bin halt krasser als du Und Simlaki, du musst ja auch beweisen, dass Simlaki stärker ist Als jeder andere auf der Welt Nein, Freunde Wir dürfen nicht zulassen, dass Simlaki stärker ist Als wir am Schluss Wenn er in die zweite Welt kommt Und uns den Flash besiegt, Freunde Den schnellsten aller Zeiten Hey Dann, Freunde Da werden wir einfach komplett schlecht dastehen Und wir müssen ihm 10.000 Robo-Stuhl Das dürfen wir nicht zulassen Wisst ihr was? Wir kaufen uns jetzt auch noch mehr Pads So, zack, hier vorne Hm, Leute Wir kaufen uns OP-Pad OP-Pad für 149 Robo-Stuhl Kaufen wir das krasse goldene Premium-Ei, Leute Oh, warte mal Ich hab eine bessere Idee Wie wäre es, wenn wir uns hier vorne VIP holen? Bekommen wir viel mehr Plus, Junge Let's go, wir holen uns VIP Okay, Freunde Nicht nachmachen Ich kippe jetzt so viele Robo-Stuhl Und boom, Leute Let's go Wenn wir jetzt hier vorne trainieren Alter, kriegen wir einfach viel mehr Plus Ja, let's go, Junge Oh, jo, 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 jo Ey, das tut gut, Leute Wir haben jetzt schon 15.000 Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir werden jetzt Ey, was kann man hier überhaupt machen? Lol Hier kann man sich OP-Pads holen Okay, verstehe Hm, okay, wisst ihr was? Wir rüsten mal doppelt den Speed aus Zack, let's go Und jetzt holen wir uns hier vorne ein Ei Ey, okay, komm, wir müssen uns ziehen, Leute Wir müssen uns ziehen für 150 Robo-Stuhl Wir geben so viele Robo-Stuhl Wenn ihr jetzt alle noch nicht abonniert habt Dann müsst ihr es schnell tun, Leute Aber ganz schnell Let's go Wir bekommen ein Drachenei Das schlechteste Ernsthaft, wir haben das schlechteste aus Im Ei bekommen Aber das gibt... Haben wir gerade 150 Robo-Stuhl Ausgegeben für mal 3,5 Wie schlecht ist das denn, Leute? Hä? Warum ist das so schlecht, Freunde? Mann, ich dachte, das ist krass, Alter Ey, sind wir lucky Schau mal, wie viel ich jetzt Plus bekomme Guck mal Wowo, let's go Ey, Okri, wie viel hast du denn jetzt bitte sehr? Zeig mal her Ich hab ja schon 30.000 Die Machen Wo bist du überhaupt? Du läufst hier gar nicht irgendwo Hä, doch, ich lauf hier Oh, oh nein, Freunde Ey, wo läufst du denn, Okri? Lass mich schauen Ich hier vorne lauf Ich gucke hier beim Orangen Ah, ok Was? So viel hast du Plus, Junge? Oh ja Ok, Freunde, jetzt ist wieder schnell zum VIP-Bereich Hey, Okri, du hast auch bestimmt geteilt Hier kannst du natürlich trainieren bei diesem VIP-Bereich Aber ich schon mal Es gibt einfach mal zwei Plus Leute, aber so lucky Lauf uns auf keinen Fall erwischen Guck mal jetzt Yo, wir haben einfach jetzt so viel Dass wir gegen den anderen Typen hier kämpfen können Gegen Simlucky im extremen Modus Hä, lass uns das direkt machen, Leute Let's go Ok, Freunde, und let's go Es geht los, Leute Ich rasieren Yo, wir haben ihn rasiert Wie viel Siege kriegen wir? Boah 222 Siege kriegen wir Plus was? Niemals, Leute Alter, wir sind ja richtig heftig Können wir schon gegen den letzten Boss gewinnen? Lass uns das mal austesten, Freunde Auto-Race gegen den finalen Boss So, zack Und, Freunde, komm schon, Schäften Wir schaffen es Und Ah, wir schaffen es Wir schaffen es Wir schaffen es, Leute Wir schaffen es Ich überhole ihn Guck mal, der ist hinter uns Wir sehen ihn gar nicht mehr Ja, let's go Wir schaffen es, Freunde Geht den finalen Boss schon zu gewinnen Alter, wie krass sind wir denn, Leute Niemals Ich dachte, ich werde das hier nicht schaffen, Freunde Aber Kein Ding für den King Wir haben es einfach geschafft, Freunde Let's go Finaler Boss Wurde komplett rasiert Oh, doch Zack, ich bin jetzt schon gleich in der nächsten Welt In die nächste Welt kommt mal Wenn man den finalen Boss besiegt Und 10.000 plus bekommt Und, Leute, wissen Sie was? Dafür werden wir jetzt Guck mal, wir haben jetzt so viele Siege Wir holen uns jetzt ganz, ganz viele Eier hier, Freunde So, ein Ei, Freunde Let's go Öffnen Okay, gar nicht hingeschaut, Freunde Wir sehen gleich, was wir bekommen haben Okay, Dragon haben wir bekommen Ja, das ist geschafft, Junge Okay, Capybara Okay, bitte Komm schon, was ebiges, müdiges oder so Komm schon, Leute Wir ziehen so auf Wir ziehen so auf, Leute Let's go Let's go, Leute Komm schon, komm schon, komm schon Wir kriegen nichts Gutes Egal, wir rüsten mal unser Bestes aus Und haben wir irgendwas Gutes Ich hoffe, wir haben eine Spinne bekommen Warte mal, warte mal Die ist richtig krass Das war das Krasse, was wir bekommen konnten Das haben wir ganz am Anfang bekommen Als ich dich gesehen habe Ich hoffe, wir haben eine Spinne bekommen Die ist einfach krasser als unser Pad Was wir für 150 Robots gekauft haben Niemals, Alter Okay, jetzt kriegen wir ja wahrscheinlich richtig viel Plus Lass uns das mal aussetzen Beim VIP-Rat Und, äh, Mirale, Leute Wir sind hier auf dem Laufband Und wie viel bekommen wir plus 4.000 mit einer Sekunde Was? Leute, damit können wir auf jeden Fall öfter den finalen Boss besiegen Und genug Siege farmen 10.000 Siege Um in die nächste Welt zu kommen Und dort Flash besiegen Okay, wir hast den finalen Boss besiegt Ey, als ob du erst hier beim Extremboss bist Ich bin hier schon voll ganz hinten Ey, Leute, es funktioniert so gut Wie viele Leute So richtigen Profis Let's go, Leute Der ist richtig traurig Und wir haben schon wieder Ey, guck mal Okay, du hast doch ein bisschen mehr Hacks aktiviert Du kannst gar nicht besser sein als ich Was für Hacks, so Was redest du? Ey, Leute, guck mal Wie easy wir hier gegen diesen Typen gewinnen Was? Was ist, ob wir so easy gewinnen? Yo, let's go, Leute Heavy Ich streng uns nicht mal an Wir gewinnen gegen den so oft Ey, Nacki Ich gehe jetzt in die letzte Welt rein Nur noch ein bisschen Da habe ich 10.000 Siege, Junge Was? Easy peasy Let's go Yeah Boah, let's go, Freunde Wir wollen jetzt Autorace gegen den Wir werden jetzt so oft gegen den kämpfen Bis wir endlich die 10.000 Siege bekommen Haha Junge, guck mal Ich tippe nicht mal Aber trotzdem mache ich so viel Alter, der hat keine Chance, Freunde Ohne Spaß So, was ist das hier vorne überhaupt? Hier, Limit 3 Jo, okay, okay, okay Das kriegen wir leider nicht, Freunde Aber das OP-Bed kriegen wir gleich Wir müssen nicht mehr lange warten Dann bekommen wir das Let's go, Freunde Ey, ich freue mich schon richtig krass auf das Und wir haben fast 10.000 Siege Simlaki Nur noch einmal gewinnen Ja, aber Ich in der nächsten Welt Was? Als wenn? Und du weißt ganz genau Wer in der letzten In der nächsten Welt Wie hast du es geschafft So schnell stark zu werden? Junge, ich hatte gerade Glück Beim Glücksrad, deswegen So, keine Lügen, Okri Sag mal jetzt die Wahrheit Ich hab mich gestoppt, Freunde Wir dürfen ihm auf keinen Fall erzählen Dass wir reingegeeatet haben Weil sonst kriegen wir die 10.000 Robots nicht Und ihm auch nicht verraten, Freunde Okay, Leute So, warte mal Ich hab eine Idee, was ich machen Simlaki, hör mal zu Denkst du wirklich, ich hab gecheatet? Na, denke ich dann, Okri Du bist immer am cheaten, Junge Und du kannst nicht so schnell Krass her geworden sein Als wie ich Wie hast du es geschafft, ey? Oh, doch, oh, doch Okay, und weißt du warum? Ich verrate dir, warum ich nicht cheate Weil die Leute schreiben jetzt gerade Alle eine 1 in die Kommentare Wenn ich nicht cheate Und eine 2 in die Kommentare Wenn ich cheate Und alle werden eine 1 in die Kommentare Schreiben, 100% So, Okri, ich glaub dir kein Wort Ey, Freunde Alle eine 1 in die Kommentare Und Hashtag Ich cheate nicht Ich glaub nur der Community, Okri Hashtag Okri cheatet dich, Leute Okay, Freunde Ganz leise, okay Alle eine 1 in die Kommentare Schlecht verstanden Eine 1 heißt, dass ich nicht cheate Und dann kann Simlaki uns nix sagen Ich glaub nur der Community, Okri Aber warum schreiben die alle in die Kommentare Wenn ich cheate? Alle eine 1 in die Kommentare Siehst du was? Let's go Ey, Leute Keine 2, nur eine 1 Du hast sie doch überredet, Okri Du hast sie doch überredet Nein, was für überredet Ey, Freunde Ihr seid die Besten Die 10.000 Robots gehören mir Ich glaub, Okri Okay, let's go, Freunde Guck, jetzt glaubt er mir Dass ich nicht cheate, Leute Aber wir machen nicht mehr Um 10.000 Robots Doch, 10.000 Robots Natürlich, du musst mir schuhen Ich kann in die nächste Welt Let's go Let's go to the beat Oh, nein Ey, ich hab was ganz vergessen, Leute Wir können uns viel, viel krassere Schuhe kaufen Warum machen wir das nicht? Guck mal, wie ist das denn los? Ok, du noob Ich hab's schon, wie krassere ist Boom Oder erst mal schauen, wie krass hier die Jägner sind Yo, lass uns das anschauen Und Wie krass sind die? Da vorne sind die Yo, 17.000.000 Alter, und hier vorne ist Hey, so ein Heifischkopf Ah, das ist auch einer aus meinen Freunden Das ist Oskar Yo, Oskar Liebe Grüße gehen an dich raus, Leute Das ist auch ein Abonnent Falls ihr auch mal geedit werden wollt Von mir in Roblox Schreibt einfach eure Namen in die Kommentare Ich werd einen von euch enden, Leute Okay, Freunde Wir müssen heute unbedingt noch diesen finalen Boss besiegen Und dann geht's sogar noch in die Ah, was? In die nächste Welt? Okay, wenn wir das schaffen Dann sind wir 100% besser als Samlucky Ey, Samlucky Wenn ich den finalen Boss hier in der zweiten Welt besiehe Dann musst du mir 100% richtig viele Roblox schulden, okay? Ich werd dich hopsen, Junge Ich werd dich hopsen, Alter So hart hops, dass du hier nicht mehr hops genommen werden kannst Du nimmst mich auf keinen Fall, Hops Was redest du, Leute? Oh, wir haben ein Haustier bekommen Lol Jake Yo, der ist richtig krass, Freunde Der ist richtig krass Der gibt immer 20 plus Yo, guck mal, wie viel wir jetzt plus bekommen Und Leute, noch eine Sache Wir können uns jetzt richtig krasse Schuhe holen Ey, ich hab ne bessere Idee Lass uns auf 1.000.000 Schuhe kaufen Lass uns die 1.000.000 Schuhe kaufen Und wir sparen einfach jetzt auf 1.000.000 Guck mal, wir haben jetzt schon 1.800.000 Das geht super schnell Ey, Samlucky Ich hab einfach jetzt gleich 1.000.000 Speed, Junge Was hast du gemacht, Ukri? Yo, ich sag doch, Junge Ich hab so 1.000.000, Ukri Okay, 1.000.000 Speed, let's go Wisst ihr, was wir jetzt damit machen? Wir kämpfen jetzt gegen diesen Typen hier vorne Gegen den Hard-Modus So, zack Jetzt kämpfen wir gegen den, Freunde Der hat keine Chance gegen uns Und nimm das, Junge, Oskar Nimm das Boom, Leute, let's go Haha Alter, Freunde Wir haben einfach gewonnen, Junge Wir sind so viel besser Ich werde wieder ein, dass ich krasser bin Ich bin viel besser als du, Samlucky Ich bin viel besser Guck mal hier Ich käme schon gegen den zweiten Alter, wir müssen nicht mehr viel lange machen Und dann kommen wir einfach schon in die letzte Welt, Freunde Und das wird richtig heftig So, Oskar, komm her Ich käme noch ein paar Mal gegen dich Und dann mach ich ganz viele Wiedergeboten Aber bevor ich die Wiedergeboten hole Hol ich mir noch ganz, ganz krasse Schuhe Für eine Million, Leute Die müssen wir uns heute auch nochmal unbedingt austesten Also unser Ziel für heute ist, Freunde Unbedingt hier diese Schuhe holen Diese, ähm, diese Leute Die krassesten, die Yeezys, Leute Guck mal hier ganz am Schluss Warte mal, das sind Thanos-Schuhe Die Thanos-Schuhe holen wir uns ganz am Schluss Für 200 Milliarden, Alter 200 Milliarden Siege brauchen wir für die Thanos-Schuhe Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können, Freunde Aber einer Oha, der hat viel zu viel Nein, Freunde Wir haben gerade gegen den Extrem gekämpft Und der ist viel zu stark für uns Ach, der hat uns direkt abgezogen Guck mal, wie weit der gerannt ist Aber, Freunde Ihr wisst ganz genau Wir werden heute gewinnen Jo, okay, Freunde Also, wir haben 54.000 Ich würde sagen Wir holen uns jetzt nochmal krassere Schuhe So, diese Schuhe hier Warte mal Wo sind die, Freunde? Hier für eine Million Bam Das sind einfach die Minenschuhe Ey, Samlaki Wann kommst du mal in die nächste Welt, Junge? Du bist ja noch immer nicht hier Hä? Wie schlecht bist du? Doch, Okri, bin ich Schau mal her Ich bin schon in der nächsten Welt In der fünften Hä? Was redest du, Junge? Alter, Leute Du hast einfach noch immer nicht in diese Welt geschafft Wie schlecht der einfach ist Was redest du, Okri? Okay, Freunde Wir haben richtig viele Wiedergeboten gefarmt Jetzt würde ich sagen, Leute Du bist jetzt hier in dem Level Ich bin schon bei Level 10 Guck mal, ich gehe jetzt wieder zurück Was? Du bist echt schon hier? Ja Eigentlich hast du sogar mehr Speed als ich? Was? Ja, Okri Samlaki ist halt Profi, ne? Ich habe nicht reingescheatet Alter, was? Samlaki Warum bist du so krass, Junge? Okay, Freunde Ich habe doch gesagt Ich bin viel krasser, Okri Ich hoffe, Leute So ist das ein Ding Das ist das hier, ne? Leute, ganz ehrlich Samlaki Ist sowas von egal Wir holen uns jetzt so viele Wiedergeboten Schaut euch das an Und Boom Samlaki, guck mal, was ich bin Ich bin Overlord Ich bin einfach jetzt schon richtiger Profi, Alter Was? Was? Wie hast du das gemacht? Und jetzt, Leute Holen wir uns hier das vorne Das Ei, Leute Für 22.000 Pokale Und Let's go Was haben wir bekommen? Eisdok Oh nein, das war das Schlechteste Wow Wie gibt er uns plus? Oh, der gibt uns 6 plus sogar schon Ey, dieses Pad Was wir für Robots gekauft haben, Freunde Das ist so schlecht, Junge Das gibt nur 3,5 plus, Junge Wir haben einfach dafür 150 Robots ausgegeben Ernsthaft Freunde Ich muss heute richtig stark werden Ich weiß ganz genau Das heißt, wir müssen den finalen Boss besiegen Aber wir haben gerade 0 Geschwindigkeit Weil wir nicht richtig viele Wiedergeboten gemacht haben Aber mal schauen, wie viel wir jetzt plus bekommen Äh, Samlaki Ich geh mal hier vorne beim Blauen wieder trainieren Ja, was ist los, Uri Ja, mach doch, Uri Ich will sowieso besser als du Natürlich trainieren wir nicht hier, Freunde Ganz leise Wir dürften das Samlaki nicht verraten Wir trainieren hier vorne Haha Ja, let's go, Junge Was sagt Samlaki jetzt, Junge Alter, jetzt hat er keine Chance mehr Guck mal, wir trainieren hier auch beim VIP-Bereich Wo Samlaki nicht trainieren kann Der gibt uns mal 2 plus wieder Mal 2 Speed, Leute Und das ist so heftig Guck mal hier, wir haben gleich eine Million schon wieder Junge, Leute, wir müssen unbedingt heute auf die krassesten Thanos-Schuhe sparen Ich spare auf die und danach kaufen wir uns die, Freunde Aber erstmal, lasst uns mal auch welche krassere holen Nämlich hier diese Pixel-Schuhe oder diese Kaktusschuhe Lass uns auf 10 Millionen sparen, Leute Auf 10 Millionen sparen wir Oder Rainbow-Schuhe, Alter Wie krasse die denn, die sind noch heftiger Yo Aber dafür brauchen wir krassere Pets, um uns die zu holen, Leute Weil wir haben nicht so viele Wir haben nicht so viel Speed Hm Oha Okay, Leute, wir brauchen krassere Pets Guck mal hier, bekommen wir einfach richtig krasses Pet aus den Geschenken In 39 Minuten bekommen wir sogar einen Finn, Leute Ich will gar nicht wissen, wie krass der ist Äh, Simlaki, wie weit bist du? Oh, du bist erst bei einer Million Ich bin jetzt schon bei, ähm, drei Millionen fast Wie hast du das gemacht, Okri? Haha, komplett weggehobst, Alter Ich esse schlau, Okri, das ist doch gelogen alles Nein, ist nicht gelogen, ich mein's ernst Einfach 200, Alter Egal, ich besiege jetzt einen harten Boss, Okri, haha Äh, okay, sehr gut Äh, und Okri, äh, warte, bist du da dahinten? Äh, was meinst du, hä? Warte, meine Äh, ja, guck mal Äh, äh, Okri Hä? Hey, Okri, schlau mal kurz Hä, ja? Hey Auf Frischertat ertappt bei deinen Lügen Äh, was meinst du? Ich war hier am Trainieren, beim Orangenen Beim Trainieren, ne? Beim 4GP-Bereich warst du, Okri Du hast genau gesehen mit meinen roten Augen Äh, was warst du mit den roten Augen? Ja, bitte Ich war doch nicht, wie im IP-Bereich, hä? Ich glaub dir, kein Wort, Okri Die Community hat mich einfach angelogen Du hast die bestimmt überredet Nein, die haben die nie, ey, haben die nicht, Junge Ey, warte, ich guck mal mal in die Kommentare Äh, da hat einer reingeschrieben, dass du wirklich gecheat hast Hä? Hab ich gar nicht, ey, Leute Ich hab mich gecheatet Aber schau mal, was ich jetzt habe Eine rote Spur Oh Mann, die ist ekel Was? Mach sie mich schneller, Junge, let's go Nein, Okri, ich bin auch die rote Augen Haha, die kannst du dir nicht leisten Aber weißt du, was ich auch habe? Ne, Okri, ich hab jetzt Ich hab gleich Schuhe Die Kaktusschuhe für 5 Millionen Was? Wie krass bist du denn, Okri? Oh ja, oh ja, ist schon richtig gehört Für 5 Millionen Was? Freunde, immer wenn sich ein Blackie umdreht Müsst ihr mir schnell Bescheid sagen Dann gehe ich schnell auf das orange Rad, Junge Aber jetzt haben wir ihn zum Glück abgelenkt Der hat vergessen, dass wir reincheaten, Leute Okay, so, wir haben jetzt Schuhe für 5 Millionen Lass uns die auslösen Okri, wie krass bist du? Okri Ich werd dich noch kriegen Okay, ne, wirst du nicht schaffen Oh, guck mal was, ich hab's im Blackie Oh, der Freund, wir sind doch schnell vom VIP-Rad weggegangen, Alter Vom Laufrad Guck mal hier, Kaktusschuhe Für 5 Millionen gekauft gerade Was? Du hast Kaktusschuhe Wie hast du das gemacht, Okri? Oh ja Let's go Was machst du überhaupt? Du trainierst ja nicht mal Ich bin gerade, guck, sie machen Okri Weil ich so traurig bin Let's go, wir können so nochmal hier am Glücksrad drehen Was redest du, Simlaki? Glückst du das? Komm schon, bitte Okri Hey, komm dich auch, Okri Danke für die Erinnerung Bitte, komm schon jetzt Ja, OP-Bed Nein OP-Bed, ja, nein Oh, Mann, O-Meter Ich will doch einmal nur das OP-Bed bekommen Warum gönnt mir niemand? Aber wir haben wieder hier Speed bekommen Lass uns das direkt ausrüsten, Freunde Let's go, wir haben Speed bekommen Warte mal, muss man das ausrüsten, Okri? Ja, im Shop rüstet man die Speed aus Hä, wusstest du nicht, dass man Speed im Speed Muss man immer den Shop ausrüsten Als ob du es nie wusstest Ich habe drei Stück, Junge Junge, Simlaki, du bist komplett lost Aber weißt du was? Ich habe jetzt 3 Millionen Stärke Und mal schauen, ob ich diesen Typen dort vorne schon besiegen kann Diesen Extreme, Leute Den Oscar in Extreme-Variante Okay, wir sparen noch ein bisschen, Leute Wir sparen noch ein bisschen Und was wir... Okay, wie lange müssen wir noch spielen? Oh, noch 6 Minuten für das OP-Bed, Freunde Okay, wir spielen jetzt auf jeden Fall noch 6 Minuten für diese OP-Bed Weil dann können wir den finalen Boss locker damit besiegen Okay, Freunde, kommt schon, kommt schon, kommt schon Ich muss richtig hart trainieren Ich muss richtig hart trainieren Bei 1 Million Siegen können wir einfach hier in die nächste Welt, Freunde Und wir brauchen unbedingt 1 Million Siege, Leute Okay, weiter trainieren, weiter trainieren Okay, wisst ihr was? Wir gehen jetzt den extremen Boss besiegen Kommt schon, wir schaffen das Es ist keine Chance gegen mich, Ukri Wie, ich habe keine Chance? Natürlich habe ich die Chance Du willst sowieso nicht gewinnen Boss, let's go! Oh, ja, wir ziehen ab, Leute Wir ziehen ab, kommt schon Oh, nein, das ist viel zu schwer, Leute Aber ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es Ja, ja Oh, 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 oh Freunde, durchsicht Ich renne, ich renne, ich renne Oh, ich habe es geschafft, Leute Zum Glück, Mann Okay Oh, das war knapp, Alter Aber wir haben es geschafft Wir haben so viele Siege dadurch bekommen Was, Alter? Let's go, Freunde Hä? Wisst ihr, was wir uns jetzt holen? Wir sparen mal auf dieses Ei hier vorne Wir sparen auf dieses Ei, aber dafür müssen wir noch ein bisschen grühen Ich habe mir nur das Schlechteste holen Ich habe legendär bekommen Nein Es hat eine zweiprozentige Chance, aber das ist voll schlecht Wie viel gibt das Plus, Blau? 100 100 gibt das Plus? Ey, Simlaki, wenn du wüsstest, ich verrate dir was Ja, okay, nee, ich sage es doch nicht, Freunde Ich wollte ihm gerade verraten Es gibt nur 17 Plus 17 Plus ist voll gut Mein krassesten ist es 20 Äh, ehrlich? Du hast voll die guten Pets, habe ich das Gefühl, oder? Aha, du Noob, Okri Ich kriege 100.000 Plus pro Sekunde Beleidigst du mich gerade als Noob, Junge? Äh, nein, ich habe gesagt, Okri, du Nein, nein, du Du bekommst mehr Plus als ich Ja Junge, als ob Nein, du nügst Guck mal, ich sehe, du kriegst nur 20.000 Plus, Junge Was kriegst du? Hä? Ich sehe, du kriegst gerade Hä? Du kriegst voll wegen Plus, Okri Du kriegst nur 10.000 Plus Oh, warte mal Hä? Äh, wo läufst du bitte sehr? Äh, was meinst du? Was meinst du? Junge, Okri, du kleiner Cheater, Alter Ihr habt es genau gesehen Du bist bei mir im Pidelsen Hä? Du kleiner Cheater Jetzt habe ich dich, Okri Videobeweis, Videobeweis, Okri Du hast gecheatet, Junge Nein, welcher Videobeweis? Ey, was redest du? Leute, wir können Schuhe Äh, Sie merken, guck mal Ich habe Schuhe für 10 Millionen geholt Okay, nochmal schnell abgelenkt, Leute Guck mal hier 10 Millionen Schuhe, Leute Let's go 10 Millionen, was? Ja, das sind die Pixelschuhe Die sind richtig krass Okay, jetzt ist es weiter hier trainieren, Leute Hier werden wir richtig stark Oh, Bruder, ist der Okri Alter, wir werden heute so stark, Freunde Simlucky hat keine Schuhe So, gleich können wir uns das OP-Ped ziehen Ja, nur noch ganz bisschen, Leute Was, noch vier Minuten? Ey, wann gehen diese vier Minuten vorbei, Freunde? Ich will das OP-Ped, kommt schon Ja, wir sind so schnell geworden 50 Millionen, Junge Haha, Simlucky hat erst 8 Millionen Wir sind gerade die ganze Zeit am durchtrainieren, durchtrainieren Und wisst ihr, was wir damit jetzt machen können? Wir können uns die Rainbow-Schuhe holen Aber nein, Freunde, das machen wir nicht Wir werden erstmal gegen den extrem harten Boss kämpfen, Leute Das werden wir als erstes tun Let's go, Leute So, ey, warte mal Denk nicht, wir schaffen es schon gegen den hier Alter Ja, wir schaffen es gegen den Final-Boss Was, ey, ich dachte, der gibt Dafür brauchen wir 100 Millionen Aber wir schaffen es ja easy, Leute Guck mal hier Wir ziehen den ab, Leute Ey, Simlucky, ich schaffe es gegen den Final-Boss einfach schon Niemals Als wenn du kriegst Ja, ich habe den jetzt in die dritte, ey Und guck mal Eine Sache Habe ich ganz vergessen Wir können das OP-Ped ziehen Wir können das OP-Ped ziehen Okay, das machen wir gleich auch unbedingt Aber erstmal werde ich ein paar Mal gegen den Gewinn, Freunde Unbedingt, Junge Und jetzt werde ich ein paar Mal gegen den Gewinn Da kann ich richtig viel im Wiedergebot machen Und ich kann mir sogar gleich für 50 Millionen die krassere Schuhe holen Nein, oder okay? Ey, Freunde, gleich kommt so viel Und wir gehen sogar in die andere Welt Warte, warte Erstmal brauchen wir aber unbedingt eine Million Siege Und danach, Freunde, alles nach dem anderen Ganz ruhig, Leute Gehen wir das an Und wir flexen gleich so krass vor dem Bucky Wir flexen gleich so krass, Leute Und let's go, Leute Wir haben einfach gerade Oh, kann mich nicht bewegen? Hallo, Hilfe Hilfe, kann mich nicht bewegen? Ey, ey Ah, was passiert hier? So, Freunde Wir holen uns jetzt das OP-Ped Let's go Boom Und Wir haben eine Million unter das OP-Ped Let's go Yo, 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 yo Haben wir es bekommen? Haben wir es bekommen? Ja, wir haben es bekommen, oder? Yo, 90 Gebt uns das Plus, Junge Jetzt können wir so krass mit dem trainieren, Alter Was? Schaut euch das mal an, wie das aussieht Yo Und wir können auch ein Geschenk abholen Oh, 9, komm mal Und wir haben eine Million Siege Das heißt, wir können in die nächste Welt Let's go, Freunde Ey, Simlaki, schau mal Schau mal, was ich für Pad da hinten habe Simlaki, schau mal Simlaki, schau Eine Million Siege 50 Millionen Spiels Junge, ich bin so krass Jetzt guck mal, was ich für Schuhe holen Was ich für Schuhe holen? Die Rainbow-Schuhe Let's go Rainbow-Schuhe Ey, Leute, ich will jetzt nicht Ich will gar nicht wissen, wie viel wir Plus bekommen Warte mal Einsam müssen wir uns auch noch holen Wir holen uns hier für 100.000 Die Sunset Oh, Galaxy-Spur holen wir uns Boom, Leute, Galaxy-Spur Das ist gegen Kürich gespielt Galaxy-Spur Rainbow-Schuhe Eine Million Siege Und jetzt, Freunde Du bist der krasseste U-Krie Ich hab das gewonnen Boom Guck mal, wie viel Plus bekommen Einfach eine Million pro Sekunde fast, Freunde Eine halbe Million pro Sekunde Und jetzt, Leute Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen in die nächste Welt Sunset, Galaxy Hiermit Schuldest du mir 10.000 Robux Let's go 10.000 Robux gehören mir, Freunde Ich bin in der letzten Welt Was? Nein, es geht noch weiter Yo Aber wisst ihr was? Die Challenge hab ich das erste Mal gewonnen, Freunde Weil das war die Challenge Den letzten Boss von der zweiten Welt zu besiegen Und in die dritte Welt zu kommen Freunde, heute werden wir super stellen Indem wir auf dem Bildschirm klicken Schaut euch das an Zack, 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 zack Ich bin schon bei einem Topspeed von 100 Was? Alter, wie krass bin ich? Leute, und wo kann ich jetzt hier losrennen? Ah Okay, hier vorne kann ich losrennen Und Let's go Uuuuh Alter Die anderen sind ja viel schneller als ich Was? Junge, die haben mich alle überholt Alter, Leute Okay, wir sind schon bei einem Topspeed von 129 Das ist ja schon voll krass eigentlich Aber die anderen sind einfach noch viel, viel schneller Und Leute, schaut mal, wie lange ich brauche Bis ich endlich beim Schluss bin Schaut euch die mal da oben an Alter, ihr macht einfach diese 100.000 Meter Strecke In einer Sekunde Zack Wir haben gerade mal Level 1 geschafft Alter, hier Okay Okay, ich bin total schlecht Ja, du bist ja mal total langsam, so Mackie Ich seh's, Junge Und Freunde, wir haben jetzt schon 6 Siegel ergattert Das heißt, Leute Wir können uns bestimmt was gleich damit holen Damit wir noch schneller werden Wir müssen uns ja immerhin irgendwelche Sachen holen Damit wir schneller werden Weil sonst werden wir für immer so langsam bleiben Leute, wo bin ich hier unten? Bin ich hier unten überhaupt bei der Spur? Ich weiß nicht Ey, ich spring einfach runter Ich seh dich, aber ich bin irgendwie nicht da Okay, also ich glaube, wir haben jetzt genau eine Minute, um hier lang zu rennen Und, äh, Leute Keine Ahnung, welches Ziel ich erreichen werde Aber ich werde auf jeden Fall kein gutes Ziel erreichen Ich bin erst bei Level 2 Was? Und die, guck mal, wie schnell die sind Die kommen hier direkt in einer Sekunde zu Level 5 Junge, wie krass sind die? Was? Ich will wieder zurück Ich schaff das sowieso nicht Oh ja, ich geh auch hier lieber Ey, ich muss auch zurück Ich schaff das ja eh nicht, Freunde Wie lange brauche ich bitte sehr? Egal, Freunde Wir müssen jetzt hier 43 Sekunden durchrennen Und dann würde ich sagen Drehen wir ein Glücksrad, damit wir schneller werden In der nächsten Runde Okay, kommt schon, Freunde Wie können wir schneller werden? Wie können wir schneller werden? Und Oh, bitte, 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 bitte Nein! Aber 5000 Siege habe ich bekommen? Was so? Ey, ist das Junge, ich habe fast diesen Tunderstriker bekommen Ja, ich habe auch fast dieses richtig krasse Auto bekommen Alter, man kann sich, glaube ich, Autos holen Und damit kann man noch schneller werden Was? Hä, 5000 Siege ist doch voll OP Ja, okay, das ist auch recht OP Damit können wir uns einfach ein Ein Skateboard holen? Leute, wir holen uns jetzt ein Skateboard Let's go Und Bam! Alter, ich habe mir jetzt ein Skateboard Oha, bin ich jetzt schneller geworden? Aber, Freunde, ich bin jetzt wieder back In the game Und ich kann mir jetzt sogar Eier holen Lol Okay, warte mal Ich kann mir noch bessere Eier holen Ey, ich kann mir richtig krasse Eier holen Mit 4000 Ich hole mir direkt so eins hier Zack, bam! Leute, wie sehr Ey, das war richtig krass Dass ich hier 5000 Siege bekommen habe Wir haben hier eine Banane bekommen Und Zack Wir haben noch eine Banane bekommen Ja, moin Okay Das ist mir richtig krass Okay, ich öffne jetzt auch ein paar Eier Oh, ja, ich bin sowas von krass Und ich würde sagen, Leute Warte Wisst ihr was? Wir werden Oha, wir können klicken Seamlucky, jetzt klicken Jetzt können wir noch schneller werden Jetzt klicken, Seamlucky Seamlucky Jetzt klicken, jetzt können wir schneller werden Wow Bam Ey, Leute, das ist nicht die Zeit zum Klicken Wir haben 10 Sekunden Zeit, um zu klicken Mal schauen, wie krass wir werden Wir sind schon bei 1000 Ja, let's go Oha Wir werden richtig schnell Wir werden richtig schnell Oha, oha, oha Okay, okay, okay Und? Hä? Okay, ich bin voll schlecht Okay, warte Aber jetzt will ich mal diese Pads hier ausrüsten Bam Ich habe die ausgerüstet Und jetzt werde ich noch schneller Ich habe jetzt 9000 Geschwindigkeit, Seamlucky Und mal schauen, wie schnell ich bin Wow Alter, ich bin viel schneller als in der ersten Runde Wow, Alter Hä? Wie krass bin ich? Leute, ich habe jetzt schon viel Ich habe auch schon so viel Geschwindigkeit Oha, Seamlucky, wo bist du? Ich sehe dich Ey, du bist viel langsamer als ich Wie viel hast du? Ich habe 11.000 Geschwindigkeit Äh? Warte mal, du hast mehr als ich? Ja, aber du hast Skateboard Achso, bin ich mit Oha, mit dem Skateboard bin ich ja richtig schnell Warum bin ich so schnell mit dem Skateboard? Ich bin jetzt einfach schon bei Was? Ich bin jetzt schon bei Level Oha Ich bin Level 100.000 Junge Wie krass ist das? Ne, ich bin bei Level 100 Was redest du? Ich bin bei Level 100? Junge, wie krass ist das? Level 100 Äh, 500 Warte Level 1000 Boah, bin ich jetzt auch durch Leute, hier unten seht ihr das? Boah, krass, Mann Ich bin ja richtig schnell geworden mit dem Skateboard Ey, das ist geil Das ist geil, Leute Und wir holen uns Ich glaube, unsere Pads machen uns auch richtig schnell Die machen uns super, super schnell Schau mal Und die laden hier die ganze Zeit Wenn du klickst, kannst du mehr kriegen mit den Pads Wenn ich klicke, kann ich mehr kriegen? Auf die Pads oder was? Ja, mehr Geschwindigkeit Kriegst du schneller Mehr Topspeed, wenn du klickst Okay, das müssen wir gleich ausprobieren Wenn wir gleich beim Klicken sind, Leute Dann klicken wir gleich so hart rein, Junge Wir werden so schnell Junge, es ist jetzt hier richtig viele Siege ab Und wir schaffen es sogar Ey, ich glaube, Leute Wir schaffen es sogar Vielleicht So, Lacki, ich glaube Ich schaffe es Bis zu 100.000 oder nicht Ich habe noch 30 Sekunden Boah, das wäre so krass Das wäre so krass, wenn ich es ja schaffe Alter Okay, ich glaube, ich hole dich auf Nein, du Wie hörst du mich auf, so Lacki? Hä? Ja, ich bin halt schneller Habe ich doch gesagt, hä? Wie hast du es gemacht? Ja, ich bin die ganze Zeit Nur so ein bisschen gelaufen So ein bisschen gejobbt Jetzt gebe ich ernst Okay, wenn du Ey, nein, 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 nein Ich bin schneller als du 100% So Lacki, wir schaffen es Und Boah, ich bin bei 100.000 Let's go Oha, wie krass ist das denn Ich muss es auch noch schaffen Ich muss auch noch schaffen Ey, nein, nur noch 3 Sekunden Ich will noch ans Ziel kommen Ich will ans letzte Level kommen Nein Oha, Alter Aber wir waren echt richtig schnell Und gleich wieder Zeit Guck mal hier In 25 Sekunden müssen wir wieder richtig schnell klicken Ich würde sagen Wir haben Zeit, ganz, ganz schnell Hier ein paar Pets zu kaufen Für das ganze Money Wir holen uns hier vorne direkt ein Pet Junge, let's go, let's go Bitte was Gutes, bitte was Gutes Und Wuhu Ey, ich brauche mehr Pets Ich brauche mehr Pets Ich brauche mehr Pets Und Let's go Ich habe jedes Mal eine Banane bekommen Ey, ich bekomme auch die ganze Zeit Du Bananas, Digga Was soll das, Mann? So, zack Ich habe 5 Bananen schon 6 Jetzt habe ich Bananas und Cherry So, zack, jetzt equippe ich die Besten, Leute Let's go Ich habe was Kass bekommen Oh, wir müssen klicken, wir müssen klicken Ist der accompanying Let's go Let's go Klick, 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 klick Lala Let's go Okay, vor allem Komm, 7 Sekunden noch zumKlicken 7 Sekunden noch zumKlicken Wow Alter, ich klicke so schnell Ich kann gar nicht mehr, Digga Ich kann gar nicht mehr Alter, ich klicke so schnell, Leute 3 Sekunden noch 3 Sekunden Ist ja aufgegangen Okay, jetzt fängt das an Let's go mal schauen, wie schnell wir jetzt geworden sind Und, ja, tja, nicht viel schneller als davor, oder? Ich habe jetzt 13.000 davor, tatsächlich 9.000 Ich muss irgendwie noch krasser werden Leute, wir werden heute die schnellsten von allen Und so, Lucky, du holst mich einfach auf unten Ich seh's, was? Du holst mich auf? Oh no Das heißt du, haha Nein, du bist echt schneller als ich Ey, Leute, ich darf das nicht zulassen Ich muss irgendwie schneller werden als er Kann ich mir irgendwas hier im Shop kaufen? Ich bin Lucky Speed Oh no, kann ich mir irgendwas im Shop kaufen? Bitte, irgendwas, Leute, irgendwas Nein, hier ist irgendwie nichts krasses, glaube ich Alter, wir müssen uns krassere Cars holen, oder? Wir müssen uns krassere Cars holen Das hier für 20.000 Okay, wie hast du's gemacht? So ein krasses Auto? Ich hab gar kein Auto, ich lauf nur Junge, du bist einfach ein Loser Ich bin, ich hab ein Skateboard Ich hab ein Skateboard geholt bei Cars einfach Schau mal, ich bin ein bisschen schneller als du Ja, du bist echt ein bisschen schneller als ich Das heißt, du wirst vor mir im Ziel sein Leute, wir müssen auch irgendwie so krass schnell werden Wie können wir krasser schneller werden? Hat ihr mal eine Idee, wie wir krass schnell werden können? Ich glaub, ich glaub, Leute, wir müssen es tun Wir müssen es tun Wir holen uns ein nächstes Glücksrad Spin Und wir öffnen das jetzt so lange Wir noch nicht im Ziel sind Zack, zack, zack Und wir drehen Und wir drehen, Leute Komm schon, jetzt müssen wir was richtig krass bekommen Weil wenn nicht, Leute Dann bin ich richtig sauer Dann bin ich richtig sauer Komm schon Ein OP-Pad Ein OP-Pad Was? Nur dreimal Lack im 15 Ja, okay, nee, das ist jetzt los Ey, Leute Was? Hab ich bekommen? Ey, was hab ich jetzt bekommen? Ich check's nicht, Leute Hab ich irgendwas krasses bekommen? Nee, ich hab, glaub ich, einfach nur Lack bekommen Dann würde ich sagen Werden wir es uns nochmal kaufen Okay, meinst du, wir schaffen das? Ja, keine Ahnung Ich weiß nicht, ob wir es schaffen Auf jeden Fall schaffen wir es bis zu 100.000, oder? Ja, okay, warum überholst du mich? Äh, warum ich... Achso Kann sein, dass ich gerade irgendwas gekauft habe Und was? Wir holen uns zweimal dieses Scheiß... Was, Leute? Zweimal Lack? Ernsthaft? Ich hab jetzt so viele Rohrwes ausgegeben Um nur zweimal Lack zu haben? Let's go, okay Schau mal, wie schnell wir hier sind Und endlich zu Ende Oh, wir haben es fast geschafft, Junge Ey, Leute Oh, wir können uns ein OP-Pad Alter, okay, das holen wir uns Das holen wir uns Das holen wir uns Ja, 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 ja Komm, 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 komm Hi, 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 hi Ja, ha, ha Wow Alter, dieses OP Wir haben einfach ein Auto Was haben wir für ein Auto, Leute, bekommen? Alter, wir sind ja richtig schnell gleich Und wir holen uns nochmal dieses krasse Pad für 10 Oh, das ist so krass So, blanchig, schau mal, was ich habe Hey, was hast du denn? Lass, ich hab so einen Ferrari bekommen, Alter Junge, wie krass ist das, ey Boah, das ist, glaub ich, richtig krass Junge, und jetzt klicken Klicken Let's go Alter, und warte mal Ich öffne hier das vorne, das eine Pad hier Warte, Leute, ich öffne das gleich Das hier für 7000, das öffnen wir jetzt Aber erst mal müssen wir klicken Erst mal müssen wir klicken Komm schon, wir müssen die krassesten werden Wir klicken so schnell, wie wir können Wir klicken so schnell, wie wir können Und jetzt öffne ich das Pad Komm schon, bitte was Gutes, bitte was Gutes Und Oha Wir haben einen neuen bekommen Ankommen, Spirit Und Los geht's, Leute Let's go Mal schauen, wie schnell ich jetzt bin Ich rüste das hier auch nochmal aus Das ist auch voll gut Zack Und jetzt müsste ich der schnellste sein von allen Alter, okay, ich bin echt schneller, oder? So, Laki, bist du schneller als ich Oder bin ich schneller? Nein, du bist viel schneller Wow, let's go Und das Auto gibt mir sogar viel mehr Siege Wenn ich hier durchgehe Merkt ihr das, Freunde? Das ist auch richtig geil Leute, wir sind jetzt schon einfach bei 1.000 So, zack Und durch da Habt ihr jetzt gesehen, wie schnell wir waren? Alter, Leute Denken wir, wir schaffen das jetzt bis zum Schluss? Das wäre aber richtig krass Alter, hoffentlich schaffen wir das Kommt schon, Leute Wir müssen jetzt uns richtig anstrengen Wir ziehen jetzt einfach durch, Junge Wir sind jetzt hier gerade einfach bei Warum bin ich nur bei Hä? Warum bin ich nicht bei meiner Max-Powerleistung? Junge, ich muss bei viel Bei 74.000 Achso, bei Highscore war ich bei 74.000, Leute Und jetzt werde ich diesen Highscore brechen Ich habe den Highscore gebrauchen Ich bin bei 100.000 Let's go Ich habe es geschafft, Simlaki Ich schaffe es Alter, ich bin einmal durch, Simlaki Und jetzt bin ich nochmal Und jetzt bin ich nochmal viel schneller Oha Was? Was, Junge? Wie schnell bin ich jetzt? Oha? Hä? Ich werde immer schneller, Leute Guck mal Oha, wie schnell gehe ich durch? Oha, Simlaki Schau dir das an Leute, warum bin ich jetzt zu schnell geworden? Wie schnell? Ja, weil ich es einmal durchgeschafft habe Wenn man es einmal durchschafft, dann wird man richtig schnell Und ich schaffe es einfach nochmal durch Ich habe zweimal hintereinander durchgeschafft Okay, du holst mich Und ich habe es noch kein einziges Mal noch geschafft Ich habe es jetzt zum zweiten Mal überholt Was? Wie krass ist das denn? Oh, guck mal Ich werde noch schneller Wow Und ich bekomme immer mehr Siege Schau es dir an Alter, man kriegt richtig viele Siege Ich habe 25.000 Damit kann ich richtig krasse Pets und alles kaufen Wie geil ist das denn? Let's go, Leute Genau das wollte ich Und ich schaffe es nochmal Let's go, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Boah, ich bin echt weit gekommen Wow, das war krass, Leute Jetzt kann ich mir ein richtig krasses Ei holen Ich hole mir nochmal das hier für 7.000 Leute, schnell Wir müssen es schnell öffnen Wir haben nicht mehr viel Zeit Zack, 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 zack Und bitte was Gutes Oh, wir bekommen die ganze Zeit diesen Loser Alter, wir müssen hier was Gutes bekommen Wir müssen was richtig krasses bekommen Bitte, 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 bitte Und die ganze Zeit den gleichen Was? Naja, egal Wir werden ihn hier wieder ausrüsten Das war nicht der Beste Aber, naja, Freunde Passt Oh, wir haben ja den hier für 50.000 Kein Wunder, warum wir so stark sind Der hat einfach 50.000 Stärke, Leute Dieses Pet, Alter, kein Wunder Und wir müssen klicken, wir müssen klicken, wir müssen klicken Wow, let's go, los, komm schon, komm schon, komm schon Wir müssen schneller werden, wir müssen schneller werden Und Klick, 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 klick Was können wir für 25.000 Siege holen? Ich weiß nicht, Freunde Wir müssen uns das mal anschauen Wir haben uns jetzt schon eingeholt Jetzt haben wir noch 12.000 Vielleicht können wir uns irgendwas krasses holen Boah, wir müssen richtig schnell klicken Wir müssen richtig schnell klicken Boah, Leute, mein Finger tut schon weh Mein Finger tut schon weh Aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft Und mal schauen, können wir uns ein krasseres Auto holen? Nee Ich glaube, das ist das krasseste, was wir uns hier geholt haben, oder? Ja, das ist schon richtig krass Alter, Leute, das ist schon echt heftig, das Auto Guck mal, so ein Auto kann man sich erst für 500.000.000 Siege holen So krass ist das Was? Alter, das ist heftig Und es geht schon los, oder? Ich hab's versteckt Ich hab's vercheckt, Leute Egal, ich bin dabei Ich werde jetzt der schnellste So lange, ich würde sagen Das ist meine letzte Runde Ich werde jetzt überholen Aber sowas von Was? Du bist hier noch recht weit vorne? Ich werde jetzt nicht Gas geben Oh nein, Freunde Ey, ich muss auch schnell sein Ich muss auch schnell sein Ich bin erst bei 10 Aber wie schnell ich bin Leute, das ist meine letzte Runde Ich muss nochmal beim Glückstag drehen Ich muss nochmal beim Glückstag drehen Komm schon, ich muss nochmal recht schnell werden hier Ich muss nochmal recht schnell werden Ey, Leute, bitte, bitte, bitte Was Gutes Bitte was Gutes Bitte was Gutes So, zack, zack, zack Meine letzte Runde Komm schon jetzt hier Jetzt werde ich aber sowas von gewinnen Jetzt werde ich aber sowas von gewinnen Oh, das bekomme ich Was bekomme ich Was bekomme ich Und zweimal Nein, ey, schon wieder Lack Ich raste aus Ich raste aus Ich hab jetzt dreimal gedreht Und immer dieses Lack bekommt Wenn Simlaki erfährt Dass ich dreimal ein Glücksrad gedreht habe Für Robux Für 300 Robux Und nur Cracker gezogen habe Der rastet, glaube ich, auch aus Simlaki, ich hab gerade nur Pupsi bekommen Aus dem Glücksrad Ich sag dir ehrlich Äh, man, du hast Glücksrad gezogen? Ja, ich hab ein bisschen Robux ausgegeben, ganz ehrlich Ey, wir müssen hier Top 1 werden, Leute Wir müssen Top 1 Wie weit sind wir hier? Wir sind nicht mehr auf der besten Liste Oh, doch sind wir Und ich bin über Simlaki Bei der besten Liste Let's go Ich hab schon 80.000 Topspeed Und du erst 36.000 Ey, warum bist du eigentlich so schnell, Simlaki Wenn du so wenig Topspeed hast Ich check's dich Ja, ich bin Hacker Spaß, keine Ahnung, warum ich so schnell bin Du guck mal, du bist viel schneller als ich Ja, keine Ahnung Werde ich dich noch aufholen? Mal schauen, werde ich dich noch aufholen Und Komm schon, komm schon, komm schon Ich muss Simlaki noch aufholen Bitte, bitte, bitte Ich hole dich auf, Simlaki Ich hole dich auf Let's go Wir müssen den Highspeed Den Highscore brechen, Leute Schaffen wir es Schaffen wir es, den Highscore zu brechen Keine Ahnung Wir sind ein bisschen zu spät losgefahren Aber Ey, nee, wir sind erst bei 53.000 Wir schaffen nicht unseren Highscore Schade, Marmalade, Leute Aber ich will sagen Das war's mit der Runde Und Die Zeit ist vorbei Was können wir uns holen? Wir können uns ein richtig krasses Pet nochmal holen Hier, wir holen uns das nochmal Und Leute Bitte bekommen wir uns ein richtig gutes Ich meine, wir haben dreimal Lack Und wir haben uns ein Badrückzug Wow Okay, der sieht krass aus Alter, der ist auch krass Nee, der ist noch nicht Das ist der schlechteste Was? Ich dachte, der sieht krass aus Ja, okay, das ist wirklich der schlechteste Hier, der wäre gar nicht mal so schlecht Aber ich muss den hier ziehen Komm, wir probieren jetzt noch einmal Den hier für 0,06% Shots zu ziehen Und Nee, wir haben nicht gezogen Komm schon, Leute Wir haben so viel Lack Ich habe jetzt dreimal aus dem Glücksrad Lack gezogen Und wir bekommen trotzdem nur schlechte Komm schon Gönn mir einmal Gönn mir einmal Junge Du willst mir nicht gönnen Ich merke es Ja, jetzt können wir es nicht mehr öffnen Wir haben zu wenig Aber wir öffnen das hier nochmal Zack, zack, zack Und bekommen wir was Gutes? Nee Wir bekommen immer nur die schlechte Banane Leute, das war's Ich bin trotzdem der Schnellste Ich bin schneller als der Mackey Und da hinten sind meine Pads mit meinem coolen Ferrari Alter Das sieht echt cool aus Oh, das ist gar kein Ferrari Das sieht irgendwie so ein Future aus Guck mal, das hat so Gas-Dings da Freunde, heute spielen wir den Super Driving Race Simulator In Roblox Lass uns direkt hier mal ein Race starten Ein Wettbewerb, Freunde Wer der erste Platz ist Ein Rennen Mit unseren Motorrädern Und Let's go Wow Äh Kann es sein, dass ich der letzte Platz bin Ich bin einfach am langsamsten von allen Obwohl ich hier so schnell tippe, Leute Und so schnell fahre Wow Guck mal, ich habe sogar so eine Maske an Ey, komm schon Komm schon Ich darf doch nicht letzter sein Och Meno Meno Ich bin ganz am Anfang noch Ey, Freunde Das macht echt keinen Sinn hier Ich kriege ja gar nichts plus, Leute, Mann Ich bin letzter Platz Ich bin letzter Platz Komm schon Ah, okay, Freunde Das macht echt keinen Sinn Aber ich versuche es noch bis zum Schluss Vielleicht werde ich ja noch einen überholen Aber ich denke nicht, oder? Ich denke nicht Wir müssen besser werden Ja, wir müssen 100% besser sein Leute Ihr müsst alle jetzt ein Like da lassen Und ein Abo Falls ihr euch getan habt In 3 Sekunden Damit wir besser werden 3, 2, 1 Let's go Wir müssen besser werden Okay Wisst ihr was? Wir trainieren jetzt, um besser zu werden Das war echt eine Blamage Letzter Platz Wo können wir trainieren? Hier vorne Leute Wir trainieren Let's go Wow Wow Alter Es ist hier Was ist denn für ein Motorrad? Das ist ja voll krass Junge Was geht jetzt ab? Jetzt machen wir hier ein paar Drehungen Alter Schwede Yo 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 Jetzt fliegen wir in die Luft Alter Was geht ab? Oh, guck mal, wie schnell die anderen sind Junge Die gehen ja Die drehen ja komplett durch am Rad Wow Krass Okay, wir kriegen die ganze Zeit 1 plus, Leute 1 plus Energie 1 plus Energie Aber wir wollen mehr Energie Wie kriegen wir schneller mehr Energie? Hm, das ist echt die Frage, Freunde Boah, hier kann man ein richtig heftiges Motorrad kaufen Dann lass uns mal hier so ein richtig heftiges Motorrad kaufen, oder? Oh, wie wär's, Freunde Wir kaufen uns ein richtig heftiges Motorrad Was ist das hier? 30 Minuten spielen für ein OP-Pad Geil Daily Lass uns das mal hier holen Oh, wir haben ein Pad bekommen Hier, let's go Lass mal so lange trainieren Solange wir hier alles einsammeln Was war das denn? Wir haben ein Pad bekommen Lass uns direkt ausrüsten Okay Ein Kitty, Leute Das rüsten wir jetzt aus Let's go Okay, kriegen wir jetzt mehr Plus? Ja, wir kriegen jetzt 4 plus Mit dem Kitty Mit der Katze kriegen wir jetzt 4 plus Anstatt 1 plus Das ist sehr gut Seht ihr dort oben? Dort oben rechts 73 77 81 Okay Ich würd sagen, wir brauchen 500 Um beim nächsten Laufrad zu trainieren Und dann können wir immer zum krasseren Laufrad kommen Und immer schneller werden Und dann wären wir noch heute Erster Platz in diesem Rennen Wie OP wäre das denn bitte sehr? Oh, hier vorne können wir sogar so ein Bundle For free bekommen Kostenlos Oh, wir haben irgendwelche Getränke bekommen Und wir haben auch ein Pad bekommen Das ist richtig gut 20 plus gibt uns das Lass uns das direkt ausrüsten Jetzt, wie viel bekommen wir? 24 kriegen wir plus Guck mal, wir haben jetzt schon 265 Energie Sehr gut, Leute Und wir haben hier auch was richtig cooles im Shop bekommen Das müssen wir auch sofort ausrüsten Wo ist das denn hier? Hier, Leute Einmal Superlack Einmal doppeltes Training Benutzen wir auch sofort Und doppelte Siege Sehr gut Alles ausgerüstet, Freunde Ey, das Junge, warum haben wir so viel Glück? Wahrscheinlich, weil ihr allen Liked an das habt Und ein Abo Kuss geht raus, Leute Oh, und was können wir hier kaufen? Lol Wir können hier so ein iPhone 99 Robox kaufen Mit so einem OP-Pad Das ist einfach so ein Clown Was? Okay, lass mal aufhören zu trainieren Wir haben einfach schon 5000 Was? 5000 Hier vorne können wir noch mehr bekommen Aus den Geschenken Lass das auch mal alles hier einsammeln 5000 Energie Lass mal schauen, welcher Platz wir jetzt werden Obwohl, bevor wir das machen Lass mal schauen, was wir für ein Motorrad hier kaufen können Oh, wir haben ein besseres Motorrad Und das hier Let's go Wir haben voll das gute Motorrad So ein grünes Okay Dann würde ich sagen, machen wir jetzt damit mal ein Rennen Zack Racing, Leute Und wer wird jetzt erster Platz? Ne? Ich werde bestimmt erster Platz Boom Let's go Oh Oh, komm schon Ich muss den überholen Ich bin auf jeden Fall schon nicht mehr letzter, Leute Das ist sehr gut Aber erster bin ich auch nicht, leider Der erste Platz ist viel schneller als ich Aber Vielleicht schaffe ich es noch hier Den vorne zu überholen Vielleicht schaffe ich es den hier vorne zu überholen Oh, Mann Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Freunde Ich glaube, ich brauche einen Autoklicker Ich hole mir schnell den Autoklicker Ich muss schnell starten, Freunde Vielleicht schaffe ich dann noch den hier zu überholen Das machen wir jetzt schnell, Freunde So Und Ah Lol Man kann sogar rechts und links fahren Das wusste ich gar nicht Das ist sehr gut Dann können wir hier so an der Ecke fahren Okay, so Wir holen die ganzen Siege Wir haben die ganze Zeit die ganzen Siege nicht eingesammelt Wir sind so lost Wir hätten hier die ganzen Siege einsammeln können So, wir machen jetzt noch mit dem Autoklicker an Damit wir noch schneller sind Oh, okay Jetzt können wir vielleicht den einen Typen da wirklich überholen Nee, schaffen wir nicht mehr Okay, wir sind jetzt an der Ziellinie Alter, wir sind so lost Wir hätten die ganzen Siege hier einsammeln können Und welcher Platz sind wir geworden? Welcher Platz sind wir? Wir sind Achter Platz Achter, ernsthaft? Oh nein Ich habe nochmal gemacht Ich habe nochmal gemacht Ich habe nochmal gemacht Dann lassen wir mal versuchen Jetzt nochmal siebter Platz zu werden Komm schon Jetzt einmal siebter Platz Gönn mir Oh, komm schon Überholen wir ihn? Nein, nein, nein Der ist ganz ein bisschen schneller als wir Der ist ganz ein bisschen schneller als wir So, aber wir holen uns die ganzen Siege nochmal Damit wir gleich richtig krasse Pets kaufen können, Freunde Das machen wir auf jeden Fall Weil wir wollen gleich richtig krasse Pets kaufen Mit den ganzen Siegen Und was ist diese Blubberblase? Bringt die irgendwas? Nee, die bringt gar nichts So, zack Noch mehr Siege Alter Wie viele Siege wir sammeln Mit den Siegen können wir gleich ein richtig krasses Ei öffnen Boah, let's go Und der andere Typ ist halt einfach viel schneller als ich Merke ich gerade Da müssen wir echt härter trainieren Besser als der Achterplatz schaffen wir gerade nicht Ich gebe schon mein Bestes, Freunde Aber es funktioniert einfach nicht Ich tippe schon so schnell Ihr wisst gar nicht, Leute Oh, nee, knapp Aber wir schaffen nicht besser als Achterplatz Aber dafür haben wir richtig viele Siege gesammelt Und jetzt würde ich sagen Wisst ihr, was das heißt? Wir holen uns jetzt richtig krasse Eier Achterplatz schon wieder So Und jetzt Wo können wir das Ei holen? 600 Siege haben wir Okay, dann holen wir uns direkt hier vorne dieses Ei Boah, das ist krass Dieses Ei ist krass, Leute Okay Let's go Let's go Wir haben es geöffnet Und wir haben hier vorne Sieht man ja schon, was man bekommen hat 4,7 gibt das Plus Ist das gut? Ist gar nicht mal so schlecht Lass direkt eine Wiedergeburt machen Sollen wir eine Wiedergeburt machen, Leute? Bringt das was? Tja, das bringt was Wir verlieren unsere Stärke nicht Nur unsere Siege Okay, sehr gut Zack Wir equippen hier vorne auch so eine Spur So eine weiße Spur Holen uns hier vorne Noch das Pet, Leute Jetzt haben wir hier drei Pets Einmal hier Diese rosche Fledermaus Hier einmal Was ist das überhaupt? Ein Schwein Und unsere Katze Und jetzt trainieren wir Einfach schon Lass uns hier vorne trainieren Wie viel kriegen wir plus? 400 453 kriegen wir plus, Alter No way Das ist ja mega viel So, hier vorne können wir noch was bei den Geschenken abholen Sehr gut Ey, ich glaube, ich habe wirklich das gute Gefühl Dass wir heute erster Platz schaffen, oder nicht? Erster Platz Wenn es so weiter geht Bei 50.000 können wir aufs nächste Band, Leute Auf dieses nächste Trainings-Motorrad-Band oder so Das ist richtig, richtig Zukunft, Leute Guck mal hier, wow Richtige Saltos, Alter Richtig geil, Mann Und ich sehe gerade, wir bekommen einfach Wenn wir zwei Tage spielen Hier ein richtig krasses Pet Dann müssen wir aber zwei Tage spielen Und hier vorne kriegen wir auch ein richtig krasses Pet Wenn wir noch 10 Minuten spielen Darauf werden wir auf jeden Fall sparen, Freunde 100% Ey, ich werde heute noch der krasseste Wetten wir, Leute Schreiben wir jetzt alle in die Kopftage Was denkt ihr? Denkt ihr, wir schaffen heute ein Erster Platz? Denkt ihr, wir schaffen in den nächsten Sagen wir mal Heute noch den ersten Platz einfach Denkt ihr, wir schaffen das? Dann schreibt mir jetzt in die Kommentare Hashtag Ukri gewinnt Oder Hashtag Ukri verliert Ja, schreibt es jetzt in die Kommentare Eins, wenn wir es schaffen Und zwei, wenn ihr denkt Wir es nicht schaffen Ich würde sagen, wir hören jetzt auf Mal zu trainieren Weil wir haben schon 33.000 Wir können jetzt damit bestimmt Hier vorne irgendwas cooles holen Oh yeah Nee, können wir gar nicht Wir können erst das nächste Motorrad Erst bei 50.000 holen Was? Dann müssen wir ja noch richtig hart trainieren Aber Leute Vielleicht können wir hier vorne was holen Nee, hier sind die ja noch teurer Was? Ah, Helm können wir holen Einen Helm Ah, das kostet Siege Okay Interessant Was ist das hier? Eine Spur für das Motorrad? Ja, lass uns mal darauf sparen Lass uns mal ein paar Siege holen Und dann hier vorne einfach so einen Helm kaufen Let's go, Leute Aber erst mal wisst ihr, was ich jetzt mache? Ey, Freunde Das ist ein bisschen cheatender Aber ich hole einfach hier für 400 Robux Ey 400 Robux gebe ich auf für das krasseste Motorrad Lasst alle Like da und Abo dafür Kuss geht raus, Leute Und let's go Ich hab's gekauft, Freunde Ich hab's gekauft Das sieht so cool aus Ich hab's gekauft Ich hab's gekauft Ich hab's gequipped Yo Yo, Alter Was? Das ist ja richtig heftig Okay, wenn wir jetzt trainieren Mal schauen, was passiert, Freunde Boom 33 Was? Wie viel kriegen wir plus? No way Guck mal, wie viel wir plus bekommen Das ist das krasseste Motorrad im ganzen Spiel Das ist das krasseste Motorrad im ganzen Spiel Yo, guck mal, wie viel wir plus bekommen 33.000 die ganze Zeit Wir haben hier schon eine halbe Million Okay, wir schaffen's heute 100% Wir schaffen's heute 100% Ey, das ist so OP Das ist so OP Let's go Okay, ich würd sagen Wir werden jetzt hier noch einmal racen, Leute Mit einer halben Million der Geschwindigkeit Mal schauen, welchen Platz wir jetzt erreichen werden Wir holen uns ein paar Siegel natürlich auch noch ab hier Let's go Oh Und dann holen wir uns einen besseren Helm und alles Wir haben noch einen schlechten Helm Wir haben ein krasses Motorrad, aber schlechten Helm Okay Ey, gar nicht mal so schlecht Welcher Platz sind wir? Hä? Wir sind ja gar nicht weit Ey, wir müssen noch viel härter trainieren Okay, was denke ich auch, Leute Dass ich hier in zwei Sekunden erste Platz werde Ne, wir müssen dafür hart trainieren Werden wir auch machen Aber erstmal versuche ich den Typen hier vorne zu überholen Ich weiß gerade nicht, welcher Platz ich bin Das werden wir am Schluss sehen Oh, wir haben ihn überholt Seht ihr oben? Wir haben ihn überholt Sehr gut Wir holen uns die ganzen Siegel hier noch Bam, 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 bam Sehr gut, sehr gut, sehr gut Und Ja, wir sind voll im Ziel Welcher Platz sind wir geworden? Und Wir sind, wir sind, wir sind Der fünfte Platz Was? Und der erste Platz Ist der hier Den müssen wir überholen, Freunde Der hat 27 Sekunden gebraucht Wir haben 34 gebraucht Das ist ganz gar nicht gut Wir brauchen Wir brauchen mehr Glück, Leute Dafür Um mehr Glück zu haben Müssen wir einfach stärker werden eigentlich Wir brauchen nicht Glück Wir brauchen einfach Wir müssen einfach krass werden Wir können hier vorne für Siegel Den nächsten Helm kaufen Dann würde ich sagen Holen wir uns einen blauen Helm Blau ist eh meine Lieblingsfarbe Let's go Oh, geil Und ich würde sagen Wir können jetzt hier vorne Eigentlich direkt trainieren Bei 500 Und wir müssen trainieren Damit wir krasser werden Oh, jetzt kriegen wir einfach Richtig mehr Plus Guck mal hier 5 Alter, das ist sehr gut Wir kriegen schneller Plus Wir können ein Geschenk wiederbekommen Zack Besseres Haustier Rüsten wir natürlich auch sofort aus Was ist das für ein Haustier? Hä? Ah, ein Frostwolf, Leute Okay OP, Leute Und hier in 7 Minuten Können wir sogar das OP-Pad hier bekommen Dann kriegen wir noch mehr Plus Dann haben wir ein OP-Motorrad Und ein OP-Pad Was brauchen wir noch, Leute? Was brauchen wir noch? Das ist die Frage Das ist die Frage Wiedergeburt können wir machen Okay Lass mal aufhören zu trainieren, Leute Denn wir können noch viel, viel krasser trainieren Die ganzen Motorräder hier brauchen wir gar nicht Das Einzige, was wir brauchen, Leute Ist eigentlich einfach hier vorne Einen Helm Okay Lass uns mal auf diese Helme sparen, oder? Oder hier einen besseren Helm Ja, wir holen uns gleich auf jeden Fall einen besseren Helm hier vorne Aber erstmal holen wir uns so eine Spur Okay, wir holen uns die hier für 1000 erstmal Dann holen wir uns noch eine bessere Was kann die Spur? Frag ich mich halt echt Ah, die gibt mehr Siege Plus Okay, sehr geil Die gibt mehr Siege Plus, sehe ich gerade Am besten wir holen uns die für Robux, oder? Sollen wir das machen, Leute? Sollen wir uns gerade die beste Spur für Robux holen? Lass es machen, Leute Dann können wir uns auch den besten Helm holen Mit ganz vielen Siegen Und boom Wir haben es gemacht, Leute Wir geben so viel Robux aus Wir haben die Spur hier Oh Haben wir jetzt eine richtig coole Spur? Nee, ach so Das ist hier die Beleuchtung einfach Oder? Jetzt checke ich das Ich glaube, das ist echt die Beleuchtung Hier haben wir eine blaue Beleuchtung Und? Hä? Wir checken gar nichts mehr Ich weiß nicht, was das ist, Freunde Aber es ist halt irgendwas Krasses Vielleicht ist es wirklich die Spur Oh Ja, ach so Das ist das, was hier hinten leuchtet, oder? Okay, die sieht richtig geil aus Die ich gekauft habe Sieht richtig geil aus Oh, wir haben eine Million Energie sogar schon Was können wir damit machen? Wiedergeburt können wir machen So, zack, let's go Lass uns mal Mit einer Million können wir schon da hinten trainieren Ja Wir können einfach schon hier oben trainieren Auf der nächsten Etage Was, Alter? Mit Robux kommen wir einfach so weit, Leute 38.000 kriegen wir plus Jetzt machen wir nur noch das OP-Pad Kriegen wir auch gleich In 5 Minuten Sehr gut Sehr gut Dann haben wir hier ein krasses Pad Das ist OP, Leute OP So, das können wir auch nochmal alles hier ausrüsten Glück, alles hier mitnehmen, Freunde Let's go Und guck mal, wie viel wir plus bekommen Ey, geil, Mann Richtig geil Komm, wir haben gleich schon 2,7 Millionen Fast 3 Millionen Wir können hier trainieren, let's go Ey, wir schaffen es gleich aufs letzte Aufs letzte Rad Dann Junge, wenn wir hier schon so weit sind Ich glaube, da müssen wir auch schon richtig weit kommen Lassen wir nochmal ein Rennen machen Weil wir brauchen mehr Siege für einen richtig krassen Helm Weil unser Helm ist halt blau Aber es gibt noch krassere anscheinend So, let's go Jetzt Das Rennen, Leute Ich habe natürlich das krasseste Motorrad Schaut mal, wer das krasseste Motorrad hat Das sieht man ja sofort, Leute Let's go Wir überholen hier sofort Ey, aber der erste ist noch immer weit vor uns Der ist noch viel schneller als wir Was? Als ob der so krass ist Alter Und hier alles einsammeln Die ganzen Siege natürlich einsammeln So, zack, zack, zack Wir fahren hier eigentlich ziemlich gut Ich glaube, wir sind sogar Wir haben den einen überholt Wir sind auf dem dritten Platz, oder? Ne, ne, ne Vierter Platz Aber vierter Platz ist besser als gar nichts, Leute Wir kommen immer näher ran an den ersten Platz Let's go Boom Wir haben es geschafft Wir haben richtig viele Siege bekommen Mal schauen, wie viele wir jetzt bekommen Auf dem vierten Platz Und neun tausend Siege bekommen wir Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut Damit können wir uns ein Pad hier holen Richtig krasses Pad Sollen wir das hier vorne kaufen? Können wir es kaufen? Nee Wir haben 150.000 Siege Weil wir diesen richtig krasses Spur haben wahrscheinlich Alter, wir haben einfach verdoppelte Siege bekommen und alles 150.000 Siege Was? Wir holen uns hier vorne Sofort Let's go Wir holen uns hier vorne sofort ein Pad, Leute Wir öffnen das Und wir haben hier so ein Hirsch bekommen Wir sehen es direkt hier vorne Oh Was? Der gibt nur 7,5 plus? Ich habe gerade 80.000 Siege bezahlt Ernsthaft? Ja, egal, Leute Ich nehme den einfach mal Der ist echt nicht gut, Leute Der ist echt nicht gut Schade Ich dachte, der wäre gut Aber wir kriegen ja gleich hier noch ein krasses Pad Das hier nämlich Auf das bin ich echt gespannt, Leute Das wird richtig OP Das gibt 100 mal plus Mal schauen, wie viel wir dann plus bekommen Ey, das wird echt krass, Freunde Hm Stimmt, wir können uns einen krassen Helm holen Lass uns das auch direkt machen So Krasser Helm muss equipped werden, Freunde Wir haben krassestes Motorrad Wir haben krasseste Spur hier Jetzt brauchen wir nur noch einen richtig krassen Helm Okay Wir holen uns direkt den hier vorne 62.000 Oder Ich habe eine bessere Idee Ich habe eine bessere Idee Warum holen wir uns nicht hier vorne einfach den krassen Helm Was? Der kostet auch 400? No way Der kostet 400 Alter, das kann ich mir noch nicht leisten, Freunde Das kann ich mir noch nicht leisten Okay, wisst ihr was? Ich hole mir einfach Ja, okay Soll ich den für 99 Robots holen? Nutz sich das, Leute? Oder ist der hier besser? Okay, Leute Ich würde sagen, wir holen uns erstmal den hier für 62.000 Der ist eigentlich auch richtig krass Sieht auch richtig cool aus Und dann holen wir uns nochmal eine Wiedergeburt Auch super wichtig Und wir sparen jetzt einfach auf richtig viele Wiedergeburten Wir machen jetzt noch direkt nochmal eine Runde Damit wir einfach nochmal richtig viele Siege bekommen Und dann kaufen wir uns den krasseren Helm Weil ich glaube, wenn wir viele Siege haben, können wir uns einen krassen Helm kaufen Let's go für heute noch eine Runde Aber wir schaffen halt wahrscheinlich nicht mehr als den vierten Platz wieder, ne? Ja, okay, das wird nicht besser, Leute Aber wir gehen gleich wieder weiter trainieren, Leute Vergesst das nicht Erster Platz wird heute geholt Kein Ding Kein Ding, Fiukri Let's go, Sui Wir sind schon richtig schnell Das Ding ist, ich weiß halt auch nicht, was ein Helm eigentlich bringt Um schneller zu werden Das checke ich null Was soll das eigentlich bringen, Leute? Ein Helm, um schneller zu werden Hey, das macht überhaupt keinen Sinn, habe ich das Gefühl Aber egal, wisst ihr was Nimm mich mal hin, Leute Besser für mich Okay, wir können hier vorne weiter trainieren Dann lass das auch machen Weil, oh, wir haben 266.000 Siege Krass, Alter Sehr krass Und wir kriegen in einer Minute das Pet Okay, solange wir das Pet noch nicht haben Lass hier vorne einen besseren Helm kaufen Äh, wir holen uns den hier sofort Bam Equipped Wir holen uns auch direkt hier vorne nochmal ein Ei Für 9.000, hoffentlich was Gutes Kommt schon ein Einhorn Ist das gut? Ist das legendär? Ne, ist ankommen Ist nicht so gut Ich würde sagen, da holen wir es direkt nochmal eins Vielleicht jetzt was Gutes Ne, schon wieder Einhorn Wir haben auch echt kein Glück, ne Wir haben echt kein Glück Komm, nochmal, nochmal, nochmal Und Schon wieder Einhorn Schon wieder das Schlechteste Willst du mich eigentlich komplett pranken? So, zack Nochmal, Leute Und Ja, jetzt haben wir endlich was Besseres bekommen Ein Einhorn-Hund Selten ist der Lass uns den mal ausrüsten Und Ist der gut Ja, das ist ganz in Ordnung Aber Was jetzt auch nochmal richtig krass ist Wir können dieses Pet hier bekommen Let's go Und dann gibt es bloß was Let's go, Rainbow-Pette Alter, mütig Boah, wir rüsten das direkt aus Damit würden wir Ja, ja, damit bekommen wir so viel Plus Let's go, Leute Let's go Ich meine, direkt nochmal eine Wiedergeburt Da kriegen wir noch mehr Plus Boom Jetzt sind wir einfach schon Beginner 5 Aber wir werden heute noch zum Pro Und wir können hier vorne auch direkt trainieren Boom Und wir können auch noch ein Glücksrad drehen Let's go Lass es machen Bitte bekommen wir was Gutes Bitte bekommen wir was Gutes Und 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 900 Plus Ja, okay Das ist einfach gar nichts eigentlich Wir kriegen eigentlich viel mehr Plus Indem wir trainieren Yo 156.000 Kriegen wir einfach jetzt Plus Indem wir trainieren Weil unser Pet einfach so heftig geworden ist Let's go, Leute Junge Das macht so viel Spaß Weil ich einfach alles Hopps nehme Und was Was können wir hier bekommen Okay, nur 50 Siege Ja, okay Das bringt uns jetzt nicht so viel Aber egal Weiter trainieren, Leute Weiter trainieren Bei 11 Wiedergeburten Sehe ich gerade Können wir auch krassere Spuren hier auswählen So andere Spuren Wir haben ja einmal hier diese Beleuchtung Von unserem Fernglas, Leute Und dann haben wir hier einfach so Spuren Ne Ihr seht, wir haben so eine weiße Aber hier können wir noch krassere holen Wenn wir viele Wiedergeburten machen Wiedergeburten sind auch super krass Und wir haben 12 Millionen Das heißt, wir können hier vorne trainieren Let's go Und Lass mal so lange trainieren Bis wir hier beim krassesten trainieren können Und wir 200 Millionen haben Oh, das dauert noch ein bisschen Das dauert noch ein bisschen 200 Millionen dauert lange, Freunde Oh yeah, Leute Wir sind jetzt beim vorletzten schon Und wir sind kurz davor Aufs letzte Band zu gehen, Leute Aufs nächste Aufs nächste Und letzte Elektrische Band Woohoo Oh, Leute Schaut euch das mal an Gött euch Wir sind jetzt einfach beim letzten Elektrischen Laufrad Und ja, wir haben 240 Millionen Das hat echt lange gedauert Aber, naja Ich glaube, jetzt haben wir 240 Millionen Und können vielleicht den ersten Platz schlagen Wie wäre es denn damit, Leute? Komm, wir versuchen es Und boom Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Wir schaffen es nicht Wir sind Zweiter geworden Aber ganz knapp Erster Das heißt, wir sind nicht mehr lange Und dann sind wir Erster, Leute Noch ein bisschen trainieren Let's go Alter, und wir haben richtig viele Siege bekommen Aber wir haben direkt eine Wiedergeburt gemacht Nee, gar nicht gut Gar nicht gut Ich habe jetzt automatisch ein Wiedergeburt an Das muss ich irgendwie ausmachen So Leute Jetzt machen wir wieder ein Rennen Und Komm schon Welchen Platz erreichen wir? Welchen Platz erreichen wir? Oh, ganz knapp Also wir schaffen auf jeden Fall den zweiten Platz Aber halt nicht den ersten, ne? Das heißt, wir trainieren einfach ein bisschen weiter gleich Dann schaffen wir es bestimmt Nicht mehr lange Aber dann haben wir es Dann haben wir es auch Und guck mal, wie viele Siege wir bekommen Was? 92.000 Wenn ich Alter Wie krass ist das denn? Alter, wie viele Siege habe ich bekommen? Oh, wow 1,4 Millionen No way Das ist ja übelst OP Damit kann ich mir direkt einen richtig krassen Helm kaufen Das ist direkt machen, Leute Hier vorne holen wir uns den Helm Zack Alter Einen pinken Helm Und wir haben so viele Siege Das ist uns hier vorne direkt das krasseste Eikaufen Let's go Was haben wir rausbekommen? Ankommen Ey, die sind so schlecht, die Pads Ne, muss ich ehrlich gesagt sagen Die sind echt schlecht Aber wir rüsten es aus Ist besser als das davor, Leute 100.000 Siegen haben wir noch Wir kaufen uns nochmal hier vorne ein Pad Aber wir bekommen halt nur schlechte Sachen, ne? Unglaublich Warum bekommen wir nur schlechte Sachen? Obwohl wir hier Glück sogar drauf haben 80% Glück Bekommt trotzdem schlechte Sachen Ja, wir rüsten das aus, Freunde Wir haben bisher nichts Legendäres gezogen Wir haben hier sogar Ja, Wiedergeburt können wir nicht machen Naja, egal, wisst ihr was, Freunde Mein Wiedergeburt automatisch an Und wir trainieren ein bisschen wieder Wir müssen ja trainieren, Leute Weiter kommen wir nicht 181.000 Ja, okay Ich würde sagen, bei 300 Millionen Werden wir vielleicht den ersten Platz schlagen Ich will es heute noch schaffen Freunde Es ist soweit Ich habe 380 Millionen Jetzt will ich es schaffen Compute Boom Let's go, der Hase Ey, wenn ich jetzt nicht krass genug bin Dann weiß ich auch nicht, Junge Dann weiß ich auch nicht Nein Warum bin ich so langsam? Jo, warum bist du noch immer schneller als ich? Ich habe so viel Willst du mich Willst du mich komplett pranken? Willst du mich komplett pranken? Freunde, heute werden wir den Roller Race Simulator spielen In Roblox Let's go Schaut euch das an, Leute Ich bin super schnell Woohoo Und Boom Zack, 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 zack Rollen, rollen, rollen Yo Ich bin der Schnellste auf Rollenschuhen Schaut euch das an, Freunde Wie viele Siege ich bekomme Eins Eins plus Äh Zwei plus Noch eins plus Äh Leute, warum bekomme ich nur eins plus? Hey Oh man, was? Ey, wie langsam bin ich bitte sehr? Es dauert so lange bis zum Ziel Hey Warum bin ich so langsam? Okay, Freunde Wir sehen uns wieder, wenn ich beim Ziel bin Ich glaube, ich muss heute super schnell werden Ich bin zwar noch ein Beginner Ein kleiner Noob Aber Leute Heute werde ich Mit ein paar Hacks Weil ich super reich Und richtig viele Robux habe Super schnell werden In diesem Simulator Let's go Okay, Freunde Wir müssen irgendwie super, super schnell werden Lass uns hier vorne trainieren Schaut mal hier Hier kann man einfach auf einem Laufband Deine Geschwindigkeit trainieren Und boom Boom Äh, Alter Wie langsam bekomme ich bitte sehr plus? Hä? Wir haben erst fünf Speed? Was? Ey, wir sind voll die Noobs, Junge Aber ihr wisst, was das heißt, Freunde Wir müssen heute richtig viele Robux ausgeben Um richtig krass zu werden Was? Du Lama-Pupsi, na? Was willst du von mir? Was? Ey, ey, ey Warte mal Bili, was machst du denn hier? Na, du Sui Kannst du einfach nicht so schnell rennen wie ich Was, Alter? Du hast hier schon Pads Richtig viele krasse Pads Und du bist gerade vor einer anderen Welt gekommen Da komme ich gar nicht rein Was? Ja, du kleiner Pupsi Schau mal, weil ich hier wohne Ja, und ja Du hast hier auch viel, viel mehr Speed Du hast einfach 1000 Speed Ey, Freunde Ich muss viel krasser werden als Bili Der lacht mich einfach aus Ey, Uchi, Uchi Ja? Du siehst so aus wie Pups Ich mach weiter Hey, hey, Bili, Mann Ey, wisst ihr was, Freunde? Bili kann Alter, Bili wird gleich schon sehen, was er davon hat Bam, Junge Ich bin jetzt hier am Glücksrad, Leute Und ich bekomme bestimmt was richtig Krasses Yo, let's go Wir haben nichts Krasses bekommen, oder? Was ist das? Ah, wir kriegen jetzt doppelt den Win-Boost Okay, das ist gar nicht mal so schlecht Wir haben hier noch sechs Geschenke Die wir auch bekommen können Ey, Freunde, wir werden heute so krass Wir werden Bili komplett hops Guck mal, hier ein Ei sogar Und let's go Wir haben jetzt auch ein Pad, Leute Yo, Alter, Bili hat keine Schotze gegen uns Und hier vorne haben wir einfach schon ein Level 50 Pad Ey, Freunde, ich hab so viele Geschenke erhalten Weil ich eben Robux ausgegeben habe Und wisst ihr was? Jetzt können wir schon diese krassen Pads ausrüsten Und lass mal schauen, ob Bili auch so krasse Pads hat Ey, Bili Oh Mann, wie traurig So ein Pups zu sein Ja? Was hast du gerade gesagt? Ich bin ein Pups? Guck mal, was ich für ein Pad habe Hast du sowas cooles? Was ist das denn für ein Pups? Ich hab viel krassere Pads Schau dir das an Ey, Junge, was redest du? Ey, schau mal jetzt Schau mal jetzt, wenn ich trainiere, wie viel ich Plus bekomme Boom, Alter 51 plus, Junge Ich bin gleich schneller als du Ja? Und was ist damit? Schau mal Was denn? Also, Bili, ich seh nur, dass du irgendwie Warte, ähm Äh, äh Warte, einen Moment Ich hol dich auf, Bili Haha Junge, ich hab Bili aufgeholt Schau jetzt, schau jetzt Alter, keine Chance gegen mich Junge, guck mal hier Ich hab schon 2000 Geschwindigkeit Wisst ihr was, Freunde? So, stop training Und jetzt, Leute, will ich sagen Geben wir jetzt nochmal richtig, richtig viel Sprinten Um richtig viel Siege zu bekommen Oh, warte mal Wir haben schon genug Siege Wisst ihr was, wir gehen wieder zurück, Freunde Und jetzt können wir mit diesen Siegen einfach in die nächste Welt Haha Guck mal hier, Bili Ich bin schon in der nächsten Welt Und gleich komme ich noch eine Welt weiter Und dann bin ich weiter als du Ich bin kein Noob, Junge Gleich nicht mehr Leute, jetzt bin ich ein Noob Aber gleich nicht mehr Und Bili wird schon sehen Ey, Bili, ich bin einfach schon in deiner Welt, du kleiner Noob Guck mal hier, Freunde Hier können wir sogar Pets ziehen Lass uns das direkt machen Aber erstmal trainieren wir wieder ein bisschen Boom, Leute Trainieren, Junge Let's go Wir können hier sogar Rollschuhe kaufen, Leute Lass uns direkt bessere Rollschuhe kaufen Leute, Bili weiß das bestimmt nicht Guck mal, wir kaufen die hier für 1800 Bam, equipt, Leute Zack, Freunde Jetzt haben wir krassere Rollschuhe Jetzt haben wir krassere Rollschuhe Einfach die Sonnenrollschuhe nennt man die Yo, die sind richtig heftig Und, Freunde Wir brauchen krassere Pets In ein paar Minuten In 10 Minuten Werden wir einfach hier vorne Ein richtig krasses Pad noch dazu bekommen Wir haben hier jetzt schon ein richtig krasses Und jetzt haben wir schon 50.000 Stärke Gleich, Leute Werden wir uns noch eine richtig krasse Spur kaufen Für Die uns auch nochmal Geschwindigkeit gibt Und, Freunde Wir werden hier vorne Und uns dieses Starter-Paket Für 150 Robux holen Auch mit dem richtig heftigen Pad, Leute Also, ich würde sagen Let's go Wir müssen uns gar keine Pets von dem Ei ziehen Wir werden einfach hier richtig krasse Pets bekommen Und boom Leute Das allerletzte Like da und ein Abo Falls ich jetzt zum Pro werden soll Und richtig viele Robux ausgeben soll 150 Robux gebe ich jetzt aus, Freunde Also fast 150 149 Wenn ihr wollt Dass ich das jetzt kaufe Das sind alle Like da und Abo In 3 2 1 Und let's go, Freunde Wir kaufen das Boom, Junge Dank euch haben wir jetzt richtig viele Robux Weil ihr einen Like da gelassen habt Und jetzt, Leute Schaut euch das an Ich zeige das jetzt, Billy, mein neues Haustier Zack Boom, Alter Ey, Billy, schau mal, was ich hier habe Schau mal Aber was ist das denn für ein Pups Äh, schau doch, hä Was für ein Pups Guck mal hier Äh, warte mal Bevor, bevor wir weiterreden Warum hast du 200, 3000 Speed Ja, ich sag doch Ich bin richtig krass 200 Warte mal, ich hab 200.000 Speed, du hast erst 1000 Haha Ey, Billy, Junge Jetzt bist du der Noob Und könnt euch das mal freuen Könnt euch das mal Ich hab einfach so viele Haustiere Und mein Haustier ist einfach richtig müdlich Und das leuchtet so wie Siehst du das? Junge, das leuchtet ein Du cheatest Ich cheate doch nicht, ey, Freunde Wenn Billy wüsst, dass wir richtig viel Errohung ausgeben Aber schau, wie schnell wir jetzt sind Oh, 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 oh Alter, Alter, guck mal, Freunde Wir gehen einfach durch die Map, durch Guck mal, hier unten sind wir, Freunde Und wir müssen bis eine Million kommen Denkt ihr, wir schaffen das, Leute? Yo, Alter, wie schnell wir sind Boom, Junge Let's go Wow, ich bin zu schnell Äh, warte mal, Billy Du bist gerade erst ganz am Anfang, Junge Hä? Dein Ernst? Ich bin voll schnell Wie, du bist schnell? Du bist ganz am Anfang nur Oh, man, Freunde Guck mal, wir sind viel schneller als Billy Wir sind schon ganz am Schluss Was? Aber wir kommen nicht so schnell weiter jetzt, Freunde Denn wir haben jetzt unser Maximum erreicht Wir haben jetzt, warte mal Ey, wir haben 1.000 Äh, hier, warte mal Wir gehen zurück zur Lobby Zack Wir haben 1.000 Einfach jetzt können wir in die nächste Welt In die Winterwelt Hasen Guck mal, Billy Ich bin in der nächsten Welt Let's go Wir sind in der Winterwelt Ich cheate dich Du bist der Cheater Und, Freunde Wir können uns richtig krasse Sachen kaufen Lass uns auf diesen Cave Roller kaufen Äh, lass uns auf diesen Cave Roller sparen, Leute Der gibt uns einfach einen kristallisierten Rollschuh, Leute Let's go Wir sparen jetzt auf den Wir werden jetzt trainieren Mal schauen, wie viel wir plus bekommen Und wir bekommen jetzt einfach mittlerweile schon 22.000 plus Yo, let's go Wir können sogar noch krassere Rollschuhe kaufen Ey, Uchi Ich bin so langsam Billy, du dachtest, ich bin der Noob Aber jetzt bist du der Noob Denn wir haben richtig krass Ach, sicher Das werden wir noch sehen Ich werde noch richtig gut vertrauen Ich werde noch richtig gut vertrauen Ey, du hast keine Chance hier Was redest du, Alter Okay, Freunde Wir haben ja richtig viele Päuschens gezogen Also Tränke Und die werden wir jetzt alle auch benutzen Guck mal hier Die geben uns doppelten Speed Bam, doppelter Windboost Und nochmal Lackboost, Leute Das ist richtig OP Und jetzt, Freunde Trainieren wir richtig krass Auf eine Million Und kaufen uns Diesen Kaktus-Rollschuh Boom Kaktus-Rollschuh Equip, Leute Ey, ich zeig dir jetzt, Billy Wenn Billy wüsste, was wir hier für krassen Rollschuh haben Oh, oh Guck mal, wie viel wir jetzt plus bekommen Durch den Rollschuh Hä Ist ja richtig krass Wir haben jetzt einfach schon eine Million Was Ey, ich zeig dir, Billy Mehr Pets Ey, Billy Billy, schau mal, was ich habe, Junge Wenn du wüsstest, Alter Guck mal, meine Rollschuhe Guck mal, wie die aussehen Ich hab so viele Pets, du Go gespielt Äh, was ist das denn? Äh, ernsthaft, Billy Du hast gerade die Anfangsrollschuhe Ich hab schon die richtig krassen Die ich kackt aus Rollschuhe Warte, stopp, 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 stopp Uckri Ich dachte, deine Lieblingsfarbe wäre blau Warum hast du dann grüne? Hm? Äh, ich hab grüne Weil die richtig krass sind Warte mal, ey Aber ich hol mir Gas am Schuss Da gibt's bestimmt noch krasse Blaue Ne, da gibt's keine anderen Blaue Und komm zu dir Oh, ich hab nicht genug Wins Haha, du kommst hier nicht rein Okay, Freunde Wir haben einfach eine Million Geschwindigkeit Und wir können gleich sogar die nächsten Rollschuhe kaufen Und Freunde Heute werden wir richtig krasse Rollschuhe kaufen Die krassesten von allen Nämlich hier diese Engelrollschuhe Diese Kettenrollschuhe Für 8 Milliarden Wir werden uns alle heute kaufen Aber erstmal müssen wir ein bisschen trainieren dafür, Freunde Und solange wir trainieren Lasst uns mal schauen, ob wir dieses Pad jetzt bekommen können Ne, wir müssen noch 6 Minuten warten Bei 6... Noch 6 Minuten, da kriegen wir ein richtig krasses Pad Ey, ich will nicht wissen, wie Billy ausrastet wird Wenn ich das ihm einfach zeigen werde, Freunde Aber erstmal müssen wir richtig hart dafür trainieren, Leute Und 6 Minuten noch warten Okay, kein Problem, Freunde Das machen wir Eine Wiedergeburt können wir sogar auch machen Dann werden wir kein Beginner mehr sein Sondern ein Newbie Das heißt, wir werden dann ein bisschen besser als ein Noob sein Hm, das sollten wir vielleicht später auch machen 100% So, dann würde ich sagen Stoppen wir mal kurz das Training Und werden jetzt richtig, richtig Warte mal Nein, wir können uns die nächsten Rollschuhe kaufen Die Pixel-Rollschuhe Lass uns direkt holen, Leute Bam, let's go Pixel-Rollschuhe Ey, die sehen richtig cool aus Okay, wir müssen wieder ein bisschen mit denen trainieren Mal schauen, wie viel wir jetzt plus bekommen mit denen Yo, Alter 117.000 plus pro Sekunde Das ist ja richtig heftig Und eine Sache haben wir vergessen, Freunde Wir müssen uns auch unbedingt hier Ah, let's go Wir holen uns die blaue Spur Wir holen uns die blaue Spur, Junge Die ist richtig cool bestimmt Und die gibt uns Geschwindigkeit, Freunde Let's go Die gibt uns Geschwindigkeit Und jetzt mal schauen Wie schnell wir sind, Freunde Boom Warte mal Wir haben jetzt die blaue Spur Und Geschwindigkeit drauf Und zack, let's go Wow Ey, wir schaffen einfach eine Million, Leute Guck mal hier Wir kommen bis zum Ziel, Junge Let's go Als ob wir es bis zum Ziel schaffen Guck mal, wie schnell wir da unten sind Seht ihr mich, Leute? Ich hab den einen da einfach überholt gerade Hä? Wie easy war das denn? Und bin ich ganz am Anfang Und der kleine Noob Und ich bin hier einfach super schnell, Junge Alter, wie schnell das einfach geht Wenn man einfach nur ein bisschen Robux ausgeht, Leute Vom Noob zum Pro Mit bisschen Robux Und wir haben nicht mehr viel ausgegeben, ne? Müsst ihr auch verstehen, Freunde Und trotzdem sind wir solche Pros schon geworden Nein, du, Kree Du bist kein Profi Ich bin dein Profi Hä? Billy, warte mal Du hörst mir zu? Äh, Billy Du weißt schon, dass ich ein Pro bin Und du Noob Ja, ja Du bist ein Cheater Das bist du Hä? Was redest du? Was für Cheater, Junge? Niemals würde ich cheaten Hab gehört Du hast gesagt, dass du Pupsi machst Ich mach keinen Pupsi Das ist dein Geheimtrick Pupsi ist nicht mein Geheimtrick, Billy Ich bin einfach nur zu heftig für dich Alter, es geht sogar weiter, Freunde Ich glaub, das Ziel ist unendlich lange Schaut euch das an Aber wir haben jetzt so viele Siege gefahren Ich würd sagen, wir gehen jetzt zurück zur Lobby Boom Und kaufen uns eine krassere Spur So, eine, die noch schneller ist Hm Am besten, wir holen uns wirklich hier diese Midnight-Spur, Leute Was? Für 10.000 Sieger holen wir uns die Midnight-Spur Ey, lass uns die direkt aus Jetzt mal schauen, ob die krass ist Okay, Freunde Und let's go Midnight-Spur Äh, irgendwie seh ich überhaupt meine Spur nicht Ist mir grad aufgefallen Hey, warum seh ich meine Spur nicht, Freunde? Egal, ich fahre aber richtig viele Siege Denn gleich Oh, ich bin so ein Dulli, Leute Jetzt seh ich die Spur Ich hab die gar nicht equipped, Junge Ich hab die einfach gekauft, aber gar nicht equipped Guck mal hier Ich hab die blaue Spur Einmal, zack, die sieht so aus Und jetzt haben wir die hier, die Midnight-Spur Und die ist richtig heftig Zack, Junge Damit sind wir einfach nochmal richtig schnell Guck mal, wie viel wir Alter, wir kriegen so viel Boost mit der Yo, let's go Guck mal, wie schnell wir mit der sind Ich bin gleich im dritten Level Äh, Bini Warte mal, warum bist du so leise? Wo bist du bitte sehr? Yo, der ist einfach richtig weit weg von mir, Freunde Ich bin richtig, richtig weit mit Leveln Denn ich geh jetzt schon ins nächste Level Ins Süßigkeiten-Level Yo, let's go, Freunde Süßigkeiten-Level Und hier nehm ich jetzt alles, Hopps Mal schau, wie viel man hier bloß bekommt Und Boom Alter, wir sind sogar hier schon schnell Yo, guck mal Wie schnell wir werden Zack, 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 zack 20 Siege, 20 Siege, 20 Siege Oh, wisst ihr, was wir damit machen können Mit den ganzen Siegen? Wir können uns halt noch krassere Spuren kaufen Am Schluss einfach diese Galaxy-Spur zum Beispiel Oder diese pinke Spur Oder Rainbow-Spur, Junge Die ist bestimmt richtig krass Und, Freunde, ich würde sagen Wir werden nochmal richtig stark Damit wir uns krassere Rollschuhe kaufen können So, Pets haben wir schon krasse, oder nicht? Wir haben hier echt krasse, Leute Nun, hier, dieser Mushroom Dieser, äh, Mushroom-Hase Der Pilzhase ist leider nicht so gut Ey, warte mal Pilzhase? Oh, ja, ein Pilzhase Hä? Was ist das denn für ein komisches Pet? Naja, Freunde Wir bekommen ja gleich dieses OP-Pet Was ich auch bitte zeigen werde, Junge In zwei Minuten bekommen wir das Letzt go, Freunde Wir bekommen das einfach kostenlos Mit ein paar Hacks Und nicht für 500 Robux, Junge Wie OP ist das denn? Wir trainieren hier, Freunde Und wir bekommen einfach hier schon Oh, Alter Wir bekommen 234.000 plus Einfach pro Sekunde Was, man kann sich Rollschuhe kaufen? Ich wusste das gar nicht Ey, das habe ich schon die ganze Zeit gemacht, Billy, Junge Kein Wunder, dass du so schlecht bist Du hast keine Ahnung vom Spiel, Mann Okay, so, let's go Das heißt aber, dass ich jetzt gewinnen werde Du wirst nicht gewinnen Was redest du? Ich kann sogar schon in die nächste Welt Warum trainiere ich überhaupt hier, Leute? Wenn ich in die nächste Welt gehe Boom, Junge Wir gehen in die nächste Welt Boom, Junge Äh Ah, ich habe es geschafft Let's go Ich bin jetzt in der Waldwelt, Junge Ich bin einfach so viel weiter als du Oh, nein Und in die nächste Welt kommt man mit 5 Wiedergeburten Wir haben nicht mal eine Wiedergeburt Was? Aha, Noob Äh, Junge Ich mache einfach ein paar Wiedergeburten Zack, easy, Junge Was? Nein Man verliert mit Wenn man eine Wiedergeburt macht Seine ganze Stärke Oh, nein, Leute Ich habe so viel gespart Und jetzt habe ich einfach alles verloren Ey, Billy, weißt du was? Aber gleich nicht mehr Denn wir haben in einer Minute dieses Pad, Leute Und damit machen wir richtig schnell Plus So, wir gehen jetzt trainieren Mal schauen, wie viel wir jetzt Plus bekommen 500, halbe Millionen einfach schon Halbe Millionen einfach schon Mit einer Sekunde Das heißt, wir haben in zwei Sekunden einfach schon eine Million Ey, Billy, ich bin so krass, Junge Ich habe einfach schon Millionen Speed, Junge Und ich bin kein Loob mehr Das ist nicht krass Ich bin viel krasser Ich bin kein Loob mehr Ich bin gleich ein Experte, Billy Haha Silber Hä, was, Silber? Äh, egal Ich mache weiter Okay, Freunde Ich würde sagen, wir holen uns jetzt diese Coffee Roller Einfach, äh, Coffee Rollschuhe Lol Okay, die haben wir jetzt equipped, Leute Mal schauen, wie die aussehen Einfach Pupsi Alter, die sehen ein bisschen aus wie Pupsi, Freunde Ich glaube, die mag Billy Die mag Billy bestimmt So, zack, jetzt mal schauen, wie schnell wir geworden sind Hier einfach 13 Millionen Und boom, Junge Zack, let's go Wir kriegen so viele Siege Ja, wir sind so heftig Wir sind so heftig, Freunde Ey, lasst uns mal kurz ein Egg-Opening machen Weil wir haben einfach Glück drauf, Freunde Und lasst uns mal jetzt einfach ein Egg-Opening machen Richtig viele Eier öffnen Damit wir richtig krasse Pads bekommen Und warte mal Wir können, glaube ich, jetzt das OP-Pad ziehen, oder nicht? Wir können jetzt das OP-Pad ziehen Let's go So, zurück zur Lobby Und OP-Pad wird gezogen, Freunde Let's go, Junge Let's go Alle Equipment Und jetzt ziehen wir das hier Jetzt rüsten wir das hier vorne aus Boah, Alter Jo, das leuchtet auch so krass, Freunde Jo, das leuchtet auch so krass Ey, Billy, hör auf, mir nachzusprechen Was soll das? Ey, Billy, hör auf, mir nachzusprechen Was soll das? Boah, du denkst auch, du bist lustig Nee, bist du gar nicht, Junge Selber Weißt du was, Billy? Ich zeig's dir gleich, Junge Ich werde gleich richtig viele Ich meine, es ist richtig viele Wiedergeburten Aber erst mal schauen, wie viel Wir haben jetzt richtig viele Wiedergeburten Jo, eine Million plus mit pro Sekunde Fast eine Million plus Junge, wie krass ist das denn? Jo Und Freunde, wir können uns gleich Die nächsten Rollschuhe kaufen Für 50 Millionen Lass uns die gleich holen, Leute Das ist einfach die Cash Was? Money Leute, einfach Money Rollschuhe Lol, lass uns die ausrüsten Okay, wir müssen auf 50 Millionen sparen Und wir bekommen einfach so viel Plus Money, Money, Money Ey, Billy, eine Frage In welcher Welt bist du jetzt überhaupt? Äh, ich bin immer noch im Zweiten Du bist doch immer in der Pupswelt, ne? Du kleiner Pups, Alter Ja Bist du der Pups, ne? Ja, 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 Billy Eben noch Nein Nein Ich bin kein Pups Ich bin der Profi Pups Du bist der Profi Pups? Egal, Freunde Wir kaufen uns jetzt unsere Money Roller Und mal schauen, wie krass wir sind Jo, einfach Cash, Junge Wir bekommen einfach Cash durch die Weil die so heftig sind Cash, Cash, Cash Einfach OP, Freunde Okay, lass uns mal jetzt hier wieder Die Bahn verlassen Und lass uns jetzt ein paar Äh, Eggs öffnen Hier in der letzten Welt, Freunde Boom, Alter Und was bekommen wir raus? Eine Pflanze Ey, die ist sogar gar nicht mehr so schlecht Mal schauen, wie viel die uns gibt Wartet mal Wir öffnen noch mal Okay, wir haben hier den Forest Golden bekommen Ey, Leute Wir haben noch Glück drin Ich will das hier das Krasseste Hier, ich will diesen Äh, Leafy C Plus Ah, den Zyklopen bin ich, Freunde Let's go Komm schon, bitte, bitte, bitte Ach, ne Ich bekomme nur schlechte Sand Mal schauen, wie viel die uns geben Sieben Boots Geschafft Sieben Boots Geschafft Äh, was hast du geschafft, Billy? Ich bin endlich im dritten Level Winter Warte Warte, zeig mal her Welche Level Was, du bist erst dort? Junge, ich bin hier schon ganz am Schluss Junge, ich komme gleich in die nächste Dimension, Billy Ja, was? Junge, du kleiner Noob, Alter Oh, Mann Du tust mir echt leid Ich bin nämlich richtig schnell mit meinen Money-Schuhen Okay, Freunde Ich würde sagen Wir können jetzt nochmal den Wiedergebot machen Boom Zack Wir machen direkt die nächste Wiedergebot So Hier, trainieren wir wieder ein bisschen, Leute Nein Und gleich haben wir fünf Wiedergeboten Und dann spielen wir einfach durch, Leute Und kommen in die nächste Dimension, Junge Und dann habe ich 100% gewonnen Nein Doch, Billy, habe ich Nein, Billy ist besser Und das weißt du auch Und wenn Billy nicht besser ist Dann ist er trotzdem besser Hä, das macht nämlich mal Sinn, Leute Okay, wir sehen uns gleich wieder Eine Sekunde Jo, wir haben ihm so viel gespart Einfach 250 Millionen, Junge Easy Und Billy ist wahrscheinlich noch immer ganz hinten, Junge Alter, Billy, schau mal, wie schnell ich hier bin Hast du was gesagt, du, Chi Du bist so ein Loser Weißt du das? Hä, wo bist du, Billy? Warte mal Jo Alter, du bist jetzt schon in der Oh nein Ich muss vor, Billy, in der letzten Welt sein Let's go Ja Okay Siege fahren Boom Alter, guck mal, wie schnell ich bin Ey, Billy, komm, lass uns ein Wettrennen machen Wettrennen, komm, Schäschel Nein Nein, ich bin noch nicht bereit Denkst du, du schaffst es, mich zu überholen? In drei Minuten, in drei Minuten, drei Minuten Äh, was für drei Minuten In drei Minuten bin ich schon in den letzten Welt Und hab das Spiel hier durchgespielt Das glaub ich nicht Guck mal, wie schnell ich schaffe Bis eine Million Siehst du das? Junge, ich bin richtig OP Ey, das ist ehrenlos Sag mal, was für ehrenlos Du bist ehrenlos Junge, alter Freund Guck mal, wie viel wir plus bekommen Junge, wir sind so heftig Müsst du noch richtig Kleiner Goofy Denkst du nicht wirklich, dass du mich beziehen wirst? Hast du mir grad Goofy genannt? Ey, dein Ernst? Ja, okay Ja, du Goofy Ach, weißt du was? Werd ich jetzt einfach rastieren, Junge So viele Siege fahren Dass ich einfach fünf Wiedergut machen kann Und dann geh ich in die letzte Welt rein Was denkst du? Dann bin ich einfach ein Super-Experte Nö Doch Nö Nein, 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 nein Doch Nein Pupsi Leute, ich bin einfach der Schnellste aus der ganzen Lobby Gönnt euch das mal Ich bin ganz vorne Keiner ist so weit wie ich, Junge Doch Jemand hat 974 Millionen Äh, was? Ich bin viel weiter als du Guck mal, ich komm einfach ins Ziel rein, Junge Let's go, Alter Ich bin so OP Als, Alter Ich bin auch richtig schnell gerade Ich bin richtig schnell Ey, Billy, Junge Guck mal, wie viele Siege ich bloß bekomme Ja Ja Voller Blick, Alter Was geht hier ab, Junge? Was geht hier ab, Freunde? Ja Ich hab's im Ziel geschafft Habt ihr das gesehen? Hey, wie krass Es gibt wirklich ein Ziel, Leute Ich hab's einfach geschafft Bis ins Ziel, Alter Let's go, hä? Komplett krass Ey, Billy Wenn du wüsstest, wie viele Siege ich gerade habe 130.000 0.000 Was für 0.000? Ich meine zwei Wiedergeburten Bam Und Bam, Leute Let's go Wir holen uns noch eine Sache Ne, ich wollte die schon die ganze Zeit Die Sunset Die Sunset-Spur, Leute Die müssen wir uns doch gönnen Oh, ne, wir sind viel zu langsam dafür Okay, egal, vorher Wisst ihr was? Ich hab Billy Komplett Hops genommen Ich kann jetzt in die letzte Welt Let's go Boom Fantasy World Ich bin bei der Fantasy World Schau's dir an Ey, Leute, let's go Ich bin jetzt einfach Ich kann jetzt in die nächste Dimension Mich katapultieren Mit dieser Kanone Aber wisst ihr was? Falls ihr noch eine Folge sehen wollt Wo ich gegen Billy antrete Und ihn kommt Wo er verliert In diesem Roller-Simulator Dann lass jetzt dann einen Like da Und ein Abo Bei 1.000 Likes Gibt es die nächste Folge, Freunde Und jetzt kommentiert alle in die Kommentare Welches Spiel Und welchen Simulator Ich als nächstes Spiel soll Okay, komm raus Aha, du kommst in die Maltz-Door Ich zack, let's go, Freunde Ich drück alle auf die nächste Folge Tschau Ja, du hör gleich Ich drück auf die nächste Folge Ich drück auf die nächste Folge